Hallo, 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 willkommen zu einer neuen Folge Weiberspeck. Yes, herzlich willkommen. Heute haben wir ein bisschen eine sommerliche Folge für euch vorbereitet. Und ich meine, wir wissen ja nicht, wie das Wetter jetzt gerade ist, wo ihr die Folge hört, aber als wir die Folge aufgenommen haben, war das Wetter sehr schön und sehr sonnig. Genau, da dachten wir uns, wir machen mal was richtig sommerliches, sommerliches, das ist kein Wort, sommerliches und blumiges und erinnern uns an einen anderen Sommer zurück, an einen ganz besonderen Sommer, und zwar an den Sommer der Liebe. Ach, der Sommer der Liebe. Und was das ist und über welche Menschen wir heute sprechen und ob wir vielleicht heute sogar mit einem Menschen sprechen, der damit etwas zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Willst du uns denn jetzt erstmal verraten, Magda, was du heute trinkst? Ich trinke heute leider keinen Tee, ich habe heute keinen Tee verbreitet, ich trinke heute einen Kaffee. Für einen Tee hat es leider nicht mehr gereicht, die Zeit vor dem Aufnehmen. Aber ein Kaffee tut doch auch gut, dann bist du fit bei der Sache. Was trinkst du heute? Ich trinke heute was ganz Ungewöhnliches für mich, ich trinke nämlich Cola, kalte Cola. Und ich weiß, also ich meine, Cola light, okay, aber ich weiß gar nicht, wann ich in meinem Leben das letzte Mal Cola getrunken habe. Aber es war gerade da und irgendwie sowas Kaltes, Erfrischendes mit ein bisschen Zucker könnte, glaube ich, heute helfen. Alright, alright. Ja, ich bin ganz nervös. Ich wusste gar nicht mehr, dass Cola so schmeckt. Ist schon ziemlich unpassend, aber für die Folge, muss ich jetzt mal anmerken. Ich weiß auch nicht. Naja, öfter mal was Neues. Naja. Naja, anyways, wir haben heute eine Folge für euch vorbereitet, die ein bisschen was anderes ist, die ein bisschen was Moderneres ist natürlich auch wieder. Die ein bisschen was Sommerliches, Leichtes hat. Und ja, Pauline, möchtest du mal verraten den Leuten, worum es heute genau geht? Sehr gerne. Also, wie wir ja gerade eben schon gesagt haben, reisen wir heute mit euch zurück in den Sommer der Liebe. Nicht mit dem Orient Express leider. Nein, den lassen wir jetzt mal hinter uns. Also wir zwar gerade noch nicht, wir sind immer noch am Agatha Christi-Wieber. Aber ihr werdet es jetzt schon hinter euch gelassen haben und reist mit uns. Steigt mit uns in unseren VW-Bulli. Und ja, dann schauen wir uns doch heute mal an, was die Menschen in der Zeit damals so getragen haben. Und zwar nicht irgendwelche Menschen, sondern die Hippies. Yes. Und dann schauen wir uns doch einmal an, woher kommen denn überhaupt die Hippies? Also was ist das überhaupt? Und in welcher Zeit bewegen wir uns gerade? Was ist in der Zeit so los? Was bewegt die Leute? Und man muss sagen, die Zeit der Hippies, also so die 60er und 70er, waren wirklich eine sehr bewegte Zeit. Also das kann man gar nicht anders sagen. Es war sehr viel los. Also überall auf der Welt war viel los. Überall. Ich meine, bei uns ja auch. Deutschland war noch geteilt. Der Kalte Krieg war im vollen Gange. Also überall auf der Welt war viel los. Aber vor allem in Amerika, wo ja die Hippie-Bewegung auch ihren Ursprung hatte, war wirklich sehr viel Trubel. Also wir haben den Kalten Krieg, wie schon gesagt, was ja an sich schon reichen würde als Trubel. Wir haben aber auch die atomare Aufrüstung im Zuge des Kalten Krieges, der für sehr viel Trubel gesorgt hat. Wir haben die Bürgerrechtsbewegung gegen Rassismus angeführt von niemand anderem als Martin Luther King, der dann noch dazu im Jahr 1968 erschossen wurde. Auch der Präsident der USA. JFK? Ja, JFK! Sorry, ich habe gerade irgendwie jetzt abgeschafft. Die redet jetzt hier mit mir. JFK wurde 1963 erschossen. Also ihr seht, es ist wirklich einfach super viel los gewesen in dieser Zeit. Überall. Die Welt war irgendwie im Umbruch. Man hat sich über so viel Gedanken gemacht und hat so viel Unrecht, was passiert ist, auch erkannt und wollte auch aktiv dagegen vorgehen. Und übrigens, weil ich gerade JFK erwähnt habe, keine Sorge für euch da draußen, denn ich weiß, dass sehr viele von euch sich eine Folge zu Jackie Kennedy wünschen. Und wir können euch versprechen, die wird auf jeden Fall kommen. Mhm. Zu 100 Prozent. Darauf freue ich mich auch schon sehr, 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 sehr. Aber auch Jackie Kennedy konnte mit ihrem Charme und ihrem Aussehen die Zeit nicht beruhigen. Denn wir kämpfen in der Zeit wirklich mit so vielen Problemen. Also das, was ich gerade eben schon alles gesagt habe. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug und viel genug, war in der Zeit der Vietnamkrieg. Und das wissen wir alle. Das haben wir alle im Geschichtsunterricht auch gehört. Spätestens als man Forrest Gump gesehen hat, glaube ich. Genau. Und Forrest Gump ist einer meiner absoluten Lieblingsfilmer. Hier war doch Rando gesagt. Ich liebe ihn. Auch ein Filmtipp unsererseits. Für einfach immer. Ja, immer. Passt, passt immer. Ja. Wenn ihr einen guten Tag hattet oder einen guten Tag hattet, ganz egal, hört euch Forrest Gump. Hört euch vorher. Schaut euch Forrest Gump an. Dieser Film ist einfach toll. Und in dem Film kommt ja der Vietnamkrieg auch vor. Und ich meine, das haben wir bestimmt alle im Geschichtsunterricht, im Gemeinschaftskundenunterricht überall mitbekommen. Dieser Krieg hat sehr viel ausgelöst. Denn vor allem hat er eine riesen Protestwelle gegen Krieg ausgelöst. Sehr viele junge Menschen, vor allem an Universitäten, haben sich zusammengeschlossen, um gegen den Krieg zu demonstrieren. Sie wollten nicht in den Krieg gehen. Sie wollten nicht, dass ihre Brüder, Freunde sonst wer in den Krieg ziehen muss und dort sterben muss. Und deshalb haben sie sich eben zusammengeschlossen, um dagegen auf die Straße zu gehen und ein Zeichen zu setzen, wir wollen keinen Krieg mehr. Aber sie haben eben, wie gesagt, nicht nur gegen den Vietnamkrieg demonstriert, sondern auch gegen alle möglichen gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten, Rassismus und auch gegen die Konsumgesellschaft im Allgemeinen. Also es war ein allgemeiner Protest gegen die Gesellschaftsform der damaligen Zeit. Und aus dieser Protestbewegung heraus hat sich eben eine Gruppe herausgebildet, die wir heute als die Hippies kennen. Richtig, richtig. Und darüber wollen wir jetzt heute reden. Wer aber natürlich sich nochmal die Geschichte des Vietnamkriegs und auch der damaligen Zeit der Bürgerrechtsbewegung, der 68er-Revolution und so weiter nochmal genauer anschauen will, was ich jedem nur empfehlen kann, denn das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und die Folgen der 68er-Revolution haben ja auch noch Folgen auf uns heute, beeinflussen uns heute noch. Und wer sich das alles nochmal anschauen will, den würde ich mal empfehlen, zur ZDF-Info. Auch immer eine gute Empfehlung wert, ZDF-Info. Ja, wir lieben ZDF. Wir sind totale Fangirls und können es immer nur jedem empfehlen. Sponsor! Aber jetzt... Oh mein Gott, das wäre mein größter Traum, wenn ZDF-Info auf uns aufmerksam wird. Naja, aber bleiben wir erstmal. Bis es soweit ist, machen wir erstmal mit den Hippies weiter. Genau. Erzähl uns doch mal, Magda, diese Gruppe, die sich da herauskristallisiert hat. Wer war denn das so? Wer war da dabei? Wie haben die gelebt? Was haben die so gemacht den ganzen Tag? Also erstmal möchte ich euch darauf hinweisen oder einfach nur generell ein bisschen erklären, wie der Name zustande kam. Und zwar ist Hippie kein Name, den sich diese Gruppierung selber gegeben hat. Das ist ein Name, der von Außenstehenden kam und leitet sich vom englischen Wort Hip oder auch Hipster ab. Und Hipster, da werden wir mit Sicherheit irgendwann auch nochmal eine Folge drüber machen. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht so drauf eingehen, was die Hipster so gemacht haben. Aber sie hatten schon vieles mit den Hippies auch gemeinsam. Sie haben gesellschaftliche Ideale auch infrage gestellt, haben auch viele Rauschmittel konsumiert. Also von daher ist das schon ganz passend. Und es ist einfach ein Begriff, der halt für Außenstehende bedeutet. Es ist einfach etwas, was nicht wirklich greifbar ist. Also als Außenstehender ist es einfach, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Oder jetzt natürlich rückwirkend betrachtet wissen wir, was Hippies sind und wofür sie gestanden haben oder auch heute noch stehen. Aber damals hat man es eben einfach als Außenstehender schwer begreifen können, was da vor sich geht. Und Hippies ist im Prinzip eine Verniedlichungsform des Wortes Hipster. Und ja, genau, also so ist dieses Wort entstanden. Aber man hat ja die Hippies, also unsere Hippies, die wir heute kennen, die hat man ja nicht gleich Hippies genannt, oder? Nee, dieses Wort ist, also die Hippie-Kultur begann ja in den 60ern in San Francisco. Und der Begriff Hippies wurde ab Mitte der 60er verwendet. Und zwar von Reportern in einem San Francisco, also nicht das erste Mal, aber eines der ersten aufgezeichneten Male, die wir den Begriff hören, ist Mitte der 60er aus einem San Francisco-Journal. Und genau, also die Bewegung gibt es schon etwas länger, seit Anfang der 60er. Und Mitte der 60er wurde eben dieser Begriff aufgedrückt den Leuten, kann man ja fast schon sagen. Sie haben sich ja nicht selber so genannt. Achso, nee, was ich gerade dachte, war, weil sie doch erst die Beatniks waren. Achso. Deshalb dachte ich, sage ich das erst, weißt du, dass das so eine schöne Überleitung ist. Aber sie waren ja nicht immer die Hippies, oder? Nein. Übrigens liebe ich das Wort Beatniks. Nee, nee, aber das ist im Prinzip ganz interessant, dass du das jetzt sagst, weil Beatniks ist eine Weiterführung der Hipster-Bewegung von damals. Also die Hipster, muss man dazu sagen, die gibt es erst nicht seit ca. 2008. Die gibt es schon viel früher, seit knapp den 1920ern ungefähr, ist diese Hipster-Bewegung entstanden. Und aus dieser Hipster-Bewegung, die hat sich ja sehr im Jazz-Bebop-Bereich, zum Beispiel viele Musiker der damaligen Zeit gehörten der Hipster-Bewegung an. Jetzt gehen wir da auch ein bisschen tiefgründiger in das Thema rein. Und aus dieser Hipster-Bewegung hat sich die Beatniks-Bewegung entwickelt und aus der Beatniks-Bewegung letztendlich die Hippie-Kultur. Jetzt haben wir full circle alles erklärt. Hoffentlich. Und ein ganz besonderer Grund, warum die Beatniks zu den Hippies wurden, war eine Veranstaltung, die ich ziemlich cool finde. Also es war ziemlich cool, ich finde den Namen ziemlich cool. Das war doch dieses Human Bee Inn in San Francisco. Ja, genau. Aber ich weiß nicht genau, wann die stattgefunden hat. Aber genau diese Veranstaltung gab es und das war im Prinzip maßgeblich dafür, dass sich diese Kultur so entwickelt hat, wie sie sich letztendlich entwickelt hat oder diese Bewegung. Weil doch die Beatniks, die es vorher gab, waren schon nochmal ein bisschen anders. Also man kann diese drei Gruppierungen gehören zusammen oder haben sich eine aus der anderen entwickelt. Aber sie grenzen sich doch eben nochmal durch klare Merkmale ab. San Francisco war, wie wir schon gesagt haben, jetzt der Dreh- und Angelpunkt der Hippie-Bewegung. Dort hat sich die Beatniks-Bewegung und die Hippie-Bewegung entwickelt. Und ein ganz besonderer Stadtteil ist da sehr hervorzuheben und zwar Haight-Ashbury. Das ist ein Stadtteil von San Francisco. Es ist eine Kreuzung im Prinzip von der Haight-Street und der Ashbury-Street. Und dort haben sehr, sehr viele bekannte Musiker gewohnt. Natürlich unter anderem Janis Joplin, The Queen, Herself. Und viele Gruppen sind dort entstanden. Grateful Dead, Jefferson Airplane. All die ganzen bekannten Singer-Songwriter-Bands, die später wirklich auch maßgeblich die Hippie-Bewegung durch ihre Musik beeinflusst haben. Und Jimi Hendrix und natürlich auch George Harrison. Und ja, Pauline hat ja schon gesagt, dass Hippies viele der damaligen Normen der Gesellschaft abgelehnt haben. Und haben auch viele fortschrittliche Denkweisen vorangetrieben. Also Denkweisen, die für uns heute normal sind. Ja, dass man, also jetzt Müll-Trenn-Normal ganz plakativ zum Beispiel. Aber einfach Nachhaltigkeit und das Leben in Kommunen zum Beispiel. Aber zum Beispiel auch das Einnehmen der Pille für Frauen, was ja für die sexuelle Revolution sehr, sehr wichtig war. Und das ist ja, Pauline hat es ja schon am Anfang angesprochen, das ist der Summer of Love. Der natürlich so nicht stattgefunden hätte, wäre die Hippie-Bewegung nicht so maßgeblich dafür gewesen, die Geburten, nee, wie heißt das, die Verhütungsbranche so voranzutreiben, kann man das so sagen. Ja, weil die Pille ist ja auch in den 60ern überhaupt erst erfunden worden. Ja, ja, genau. Ja, und das natürlich, also das ist für uns heute normal, dass Frauen die Pille nehmen dürfen. Unverheiratete Frauen, verheiratete Frauen, wer sie nehmen möchte, der kann sie nehmen. Aber das war damals eben nicht üblich. Und die Hippies haben sehr, sehr dazu beigetragen, dass es eben, und da werde ich später nochmal drauf kommen, auch in der breiten Masse, in der breiten Gesellschaft einfach anerkannt war. Oder nicht mehr so ein Tabuthema vor allen Dingen auch war, dass Frauen die Pille genommen haben und dass Frauen natürlich auch dadurch, durch diese, einer mit der Pille, eben auch sehr, sehr einfacher, viel, viel einfacher vorehelichen Sex hatten konnten, ohne sich halt eben um die Konsequenzen wirklich Sorgen machen zu müssen. Das war ja vorher, haben wir ja in einigen Folgen schon angesprochen, ja. Ja, wenn man halt als uneheliche Frau, also unehelich ein Kind bekommen hat, zur damaligen Zeit oder noch ein paar Jahrzehnte davor, war das, konnte das gesellschaftlich für dich als Frau das ausbedeuten. Und das wurde eben hier mit der Pille und der sexuellen Revolution, für die die Hippies maßgeblich, oder zu der die Hippies maßgeblich dazu beigetragen haben, wurde das eben hier für die Frauen verbessert, diese Situation. Aber ich meine, der Punkt ist ja auch, dass sie nicht nur, also die Hippies haben ja nicht nur dafür gesorgt, dass die Pille sozial anerkannt wurde, sondern der Punkt ist ja auch, die Pille war ja vorher einfach noch gar nicht da. Und die Hippie-Generation war ja die erste Generation, die das überhaupt, also die die Möglichkeit überhaupt erst hatte, die Pille zu nehmen und diese Möglichkeit natürlich auch dankend angenommen hat. Und man sieht es ja auch heute noch, wenn du Bevölkerungsstatistiken der letzten Jahrzehnte anschaust und diese Kurve dir anschaust, da hast du ja den Pillenknick. Das siehst du ja ganz deutlich, wo die Pille eingeführt wurde und die Geburtenraten ganz rapide nach unten gegangen sind. Und das ist eben der Pillenknick. Ja. Das finde ich ganz faszinierend. Aber ich verstehe es auch. Ich meine, wenn du das erste Mal die Möglichkeit hast, als Frau selbstständig verhüten zu können. Ja. Ja, und das ist ja nicht mal nur verhüten können, sondern das ist ja auch einfach über deine Sexualität bestimmen zu können. Weil das ist natürlich, davor wurde Sexualität bei Frauen immer einfach zur Fortpflanzung gesehen. Und das ist natürlich mit der Einnahme der Pille, hat es einfach einen ganz anderen Stellenwert bekommen, den es vorher einfach nie hatte. Was natürlich sehr schön zu sehen ist für uns heute. Dankeschön. Aber ich meine, die sexuelle Revolution, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Also erzähl uns doch darüber noch ganz viel. Ich finde es so spannend. Ich glaube, was ich gerade im Kopf hatte, und es ist witzig, dass ich das sage, weil ich bin ja der Spießer der Nation. Aber in der Theorie finde ich es interessant, was damals passiert ist. Weil es hat sich ja nicht nur der Umgang mit Verhütung, dass man plötzlich Verhütung überhaupt hatte, sondern auch der Umgang mit Sexualität als solches. Also dass man das Gefühl hatte, du kannst etwas mit jemand haben, egal mit wem, so oft du willst. Mit wem du willst, mit so vielen Menschen, wie du willst. Und man weiß ja auch zum Beispiel bei Woodstock, dass da super viele Babys gezeugt wurden und Leute Sex hatten und sonst was. Und das ist ja ein ganz neuer, komplett neuer Umgang mit Sexualität. Ich meine, vergleich das mal mit den 50ern, wo man noch nicht mal ein Date haben durfte mit einem Mann ohne Erlaubnis der Eltern. Ja, das ist ja eine komplett neue Welt. Ja, aber das kommt ja auch zum Teil durch die Aufräumung gegen diese Ideale. Also in den 50ern war das noch so, ja, ich finde es total interessant, diesen Shift zu sehen und sich da auch ganz klar von abzugrenzen. Also von diesem Ideal, sage ich mal, oder von dieser Norm, die vorher normal war, dass du eben als Mädchen einfach, ich will nicht sagen schwierig hattest, weil natürlich immer deine Eltern irgendwie so einen Finger auf dir drauf hatten, so gefühlt. Und dich einfach nirgendwo haben hingehen lassen ohne Erlaubnis. Also jetzt nicht mal nur auf ein Date, sondern generell. Und ich finde das sehr, sehr faszinierend, weil ich meine, für uns heute ist es normal, dass man seine Eltern und die Ideale, für die seine Eltern stehen, hinterfragt. Und das hat man aber bis dahin einfach nicht gemacht. Oder nicht in dem Ausmaß so gemacht, wie die Hippies damals. Deshalb finde ich auch die Zeit, ich meine, dazu kommen wir auch ganz am Ende nochmal, dass man die Zeit vielleicht auch manchmal ein bisschen sehr romantisiert und glorifiziert, was man auch nicht immer so machen darf. Aber es ist natürlich interessant, dass plötzlich die Jugend aufsteht und sagt, nein, wir wollen ganz anders leben und entscheiden selbst, wie wir leben wollen. Und zwar komplett anders als ihr. Ja, und das werden wir später nochmal sehen, wenn wir, ich meine, ich habe ja schon gesagt, es ist wirklich, also später kommen wir noch ein bisschen auf den Mainstream zu sprechen. Oder komme ich noch ein bisschen auf den Mainstream zu sprechen. Und da war dann letztendlich auch der Punkt erreicht, wo wirklich dieses Hippie-Gedankengut auch in der großen Masse einen Platz gefunden hat. Bis heute ja, wie man sieht. Aber ja, ich finde es unheimlich, ich finde die Hippie-Ära unheimlich faszinierend. Aber es gab natürlich auch seine, es gab natürlich Tücken, die es einfach mit sich gebracht hat. Also es gab ja nicht nur, ja, freiere Sexualität, aber dadurch, ne, hast du ja schon selber gefragt, in Woodstock sind sehr viele Kinder auch entstanden. Und was natürlich auch ein großes Problem irgendwann wurde in der Hippie-Bewegung, war zum Beispiel Drogenkonsum und Drogenmissbrauch. Darauf komme ich auch gleich nochmal kurz zu sprechen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man über solche Sachen spricht, weil wir neigen heute schon sehr dazu, das sehr zu romantisieren. So, ja, Hippies, Peace and Love for All. So, ja, was, das sind gute Denkansätze. Aber wie mit jeder Bewegung kommen natürlich irgendwann Leute dazu, die einfach Spaß an der Freude dann haben, ja, die einfach nur dabei sind. Also, ja, hauptsache ich bin dabei, aber eigentlich ist mir scheißegal, worum es geht. Und das sind letztendlich die Leute, für die es dann gefährlich wurde. Eben zum Beispiel aufgrund von diesem Drogenkonsum. Aber egal, wie gesagt, da komme ich später gleich nochmal drauf zu sprechen. Und wir gehen mal ein bisschen weiter. Im Text sind wir doch ein bisschen ausgeschwiffen. Pauline hat ja schon angesprochen, dass sie, dass Hippies auch natürlich friedliche Proteste arrangiert haben oder organisiert. Sie haben sich einfach viele, also häufig einfach auf die Straße gesetzt oder sind einfach marschiert für einen Zweck, der ihnen wichtig war. Und das ist auch was, was man heute natürlich noch viel von der Hippie-Kultur, was noch übrig ist, dass man heute eben nicht mehr so sehr viele radikale Proteste hat. Oder natürlich auch noch. Aber das war das erste Mal, dass wirklich friedlich protestiert wurde, was ich auch sehr faszinierend finde. Das gibt es ja auch nicht so oft in der Geschichte davor, dass wirklich ein Protest friedlich abgelaufen ist. Und während dieser friedlichen Proteste, wie gesagt, haben sie natürlich immer die Ideale der vorangegangenen Generationen infrage gestellt, haben wichtige politische Entscheidungen infrage gestellt, wie zum Beispiel den Vietnamkrieg und lauter solche Sachen. Und ja, haben dann irgendwann, also es gab es tatsächlich ab Mitte der 60er, haben dann einige der Hippies begonnen, sowohl aus Amerika, also aus Nordamerika, als aber auch aus Deutschland oder auch aus anderen Ländern von Europa in Richtung Osten zu ziehen. Weil sie einfach mit den Idealen oder mit den Normen dieser Gesellschaft nicht mehr konform gegangen sind. Und ja, im Osten eben individuelle Erfüllung gesucht haben und auch, ja, ein einfacheres Leben. Also viele sind dann irgendwann nach Indien gezogen. Was ich aber auch interessant finde, tatsächlich, dass sie tatsächlich erstmal Richtung Ibiza und Formentera gezogen sind, witzigerweise. Und in Ibiza, das weißt du ja selber, Paulina, da gibt es noch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Fußstapfen der Hippies sind da noch zu sehen. Ibiza. Und aber auch zum Beispiel nach Marokko. Marokko war eben am Anfang dieser Reisebewegung, sage ich mal, der Hippies, ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel. Ja, das finde ich tatsächlich sehr interessant. Ich war schon häufiger mal und auch längere Zeit in Marokko. Und natürlich im Norden war ich jetzt nicht so sehr, aber zum Beispiel in Marrakesch oder auch in Esawira. Das ist so eine kleine Hippie-Kapsel, kann man fast schon sagen. Also Marrakesch ist mittlerweile sehr touristisch. Aber wenn ihr mal nach Marokko reist und wollt wirklich auf den Fußstapfen der Hippies wandern, kann ich euch Esawira sehr empfehlen. Da, ja, gibt es wirklich, also, ne, da sind die Lederrucksäcke handgefertigt. Die selbstbemalten Schüsseln sind schön. Ja, dann wurde aber witzigerweise, und ich meine, wie gesagt, ich war schon öfter mal in Marokko und auch längere Zeit. Irgendwann wurde Marokko uninteressant als Reiseziel, weil die marokkanische Regierung sich irgendwann quergestellt hat. Die wollten diese ganzen Hippies nicht mehr haben, diese ganzen Touris. Und haben irgendwann langhaarigen Männern die Einreise verwehrt. Was ich super witzig finde, weil ich meine, ich kenne ja die marokkanische Regierung heute natürlich ein bisschen. Damals war die mit Sicherheit noch ein bisschen strenger. Und ich finde es witzig, diesen Grund. Und danach, als Marokko einfach nicht mehr so in Frage kam für viele Hippies. Und ja, man wollte trotzdem auch weiter weg. Man wollte auch andere Kulturen einfach erfahren. Dann kam das langsam auf, dass die Leute auch immer oder vermehrt nach Indien, Nepal und Afghanistan gezogen sind. Auf der damaligen Seidenstraße. Also, das ist ganz witzig, es gibt ja so einen Weg natürlich in diese Richtung. Auf dem früher, also vor hunderten von Jahren, Seide transportiert wurde. Aus Asien nach Europa zum Beispiel oder auch nach Amerika. Und diese Route haben die Hippies eben für sich wiederentdeckt, um halt in diese Richtung zu reisen. Und ja, der Grund, warum sie aber irgendwo hingereist sind, egal ob jetzt am Anfang nach Ibiza oder Fomentera oder auch nach Marokko, später nach Indien, Nepal, Afghanistan. Der Grund war immer der gleiche. Und zwar wollten die meisten Leute einfach aussteigen. Aus diesem muffigen System, aus dem veralteten System, mit dem viele sich einfach nicht mehr identifizieren konnten. Ja, weil dieses System sich einfach nicht mit den Hippie-Grundsätzen vereinen ließ. Also, diese Grundsätze von Freiheit, Antikonsum. Also, das hat einfach für viele nicht mehr zusammengepasst. Ja, deswegen haben einfach viele nach individuellen neuen Denkanstößen gesucht. Nach, ja, wollten einfach ihren Horizont erweitern. Und eben, ja, individuelle Freiheit dadurch erlangen. Und, ja, natürlich, wenn man in fremde Kulturen reist, bekommt man natürlich auch was davon mit. Also, das Ziel der, also, ne, heute netzlich unbedingt, wenn man natürlich in ein Ressort reist, ja, klar, dann sieht es da aus wie in Deutschland. Aber die Hippies damals sind natürlich auf eigene Faust gereist. Bedeutet, entweder natürlich in Bussen sind sie gefahren, günstig, oder in Interrail-Strecken auf einem Zug oder natürlich persönlich mit dem VW-Bus, ganz klassisch mit dem Bulli, irgendwo langgetuckert. Und, ja, da bekommt man natürlich dann noch mehr von der Kultur mit. Man lernt sehr viele Einheimische kennen, man lernt sehr viel über die Religion auch dort vor Ort. Und so kamen die Hippies eben mit dem indischen Buddhismus oder Hinduismus auch in Kontakt und mit dem Krishna-Kult. Und dieser Krishna-Kult, also, es gibt ja einen, im Hinduismus gibt es mehrere Gottheiten. Und eine davon ist Krishna. Und zwar ist es die Göttin oder der Gottheit für Liebe und Freude. Mit dem, mit der sich natürlich, damit konnten sich die Hippies natürlich sehr, sehr gut identifizieren. Und dieser Krishna-Kult, den es ja in Indien schon gab, wo diese Gottheit eben angepriesen wurde, der wurde aufgegriffen. Und einfach, es wurde dann eine richtige Bewegung gegründet, eine Krishna-Bewegung, 1966 von Abhay Charan D. in New York, zigerweise. Also, naja. Und zwar die Hare Krishna-Bewegung. Die sagt in ein oder anderen wahrscheinlich schon was. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal den ein oder anderen Beitrag auf Instagram zu posten. Oder das ein oder andere Lied dazu. Oder das ein oder andere Lied. Ich schwöre es dir, wenn du Hare Krishna sagst, in meinem Kopf geht sofort eine Melodie los. Wenn ich nicht singen werde, weil ich kann nicht singen. Aber ich glaube, die meisten Menschen da draußen wissen, was ich möchte. Ja, also das ist eine Bewegung, die ja ein Kult tatsächlich. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, dass es eine Sekte ist. Aber es ist schon ein Kult, ganz klar. Der eben durch diese Bewegung Ausdruck gefunden hat. Und da gibt es tatsächlich eine eingetragene Organisation. Und der volle Name lautet tatsächlich International Society for Krishna Consciousness. Gibt es auch eine Abkürzung davor. I-S-K-C-O-N, müsste ich jetzt nicht merken. Aber es ist wirklich eine eingetragene Organisation, eine Bewegung. Das sind diese ganz klassischen Mönche, die man kennt, die in Orange angezogen sind. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und ja, finde ich ganz interessant, dass die Hippies, also dass man auch merkt, dass sie sich wirklich auch mit der Kultur auseinandergesetzt haben. Und natürlich für sich, klar, man filtert immer für sich das raus, womit man sich selber am besten identifiziert. Das war natürlich Krishna in dem Fall einfach dadurch, durch ihre Aufgabe. Also wie gesagt, Gottheit für die Liebe und die Freude. Finde ich aber ganz schön eigentlich, weil davon kann man nie genug haben. Ja, ich meine, über diese ganzen Kults kann man sich streiten, aber... Ja, das ist natürlich klar. Also letztendlich, ich finde immer, wenn man... Weil Krishna ist ja letztendlich Teil einer größeren Religion, nämlich des Hinduismus. Und ich finde, man kann sich nicht einfach von einer Religion den einen Teil rauspicken, der einem gefällt. So, oder der einem am besten gefällt. Sondern ich finde immer, man sollte eine Religion als Ganzes praktizieren und akzeptieren. Und ja, das ist natürlich... Dieser Krishna-Kult lässt natürlich vieles außen vor, was aber wichtig ist für den Hinduismus. Aber muss ja jeder selber wissen. Wir kommen mal von Kult zu einem anderen Art Kult, nämlich den der Musik. Das war ja für die Hippie-Szene auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr essentiell, weil natürlich viel... Ja, ich meine, gerade Woodstock zum Beispiel, das ist ja so das Ding, an was wahrscheinlich jeder denkt, wenn er das Wort Hippie hört. War ja ein Musikfestival, von daher war Musik einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt für die Hippie-Bewegung. Oder viele Leute haben auch Musikern nachgeahm. Deswegen war ja zum Beispiel dieses Viertel in San Francisco so beliebt, weil dort eben viele Musiker gewohnt haben, die für die Hippie-Szene so wichtig waren und so essentiell. Und die bevorzugte Musik der Hippies, es war aber natürlich nicht, und ich meine, wir sind hier in den 60ern, es gibt auch sehr, sehr viele kommerzielle Künstler, wie zum Beispiel die Archies oder die Beach Boys und lauter solche Sachen. Diese Musik wurde von den Hippies verabscheut. Also sie haben ja generell dieses kommerzialisierte, dieses Konsumverhalten, hat ihnen nicht gepasst, das fanden sie nicht gut. Und deswegen haben Hippies einfach diese handgemachte Musik bevorzugt. Also Folkmusik, also diese eher volkstümliche Musik, war sehr beliebt, wie zum Beispiel John Bias oder auch natürlich Blues. Einflüsse waren sehr, sehr vertreten in der Hippie-Kultur, wie zum Beispiel von Dennis Joplin. Oder natürlich Rock, psychedelischer Rock, wie von Jimi Hendrix. Das waren die bevorzugten Musikrichtungen. Und natürlich gibt es da unzählige Künstler, die in diese Musikrichtungen reinfallen. Ja, die heute tatsächlich, das waren damals alles eher Underdog-Bands und Künstler. Und dadurch, dass die Hippies aber letztendlich über die Zeit so einen starken Einfluss auf die Popkultur hatten, also weiß man ja heute, wenn man weiß jeder, was ein Hippie ist oder was mit Hippies gemeint ist, so dass heute noch viele Bands und Künstler aus der Hippie-Szene oder die damals in der Hippie-Szene anerkannt waren, heute noch bekannt sind. Und natürlich das nicht zuletzt durch Woodstock und natürlich die unsterblichen Performances dieser Künstler bei diesem Festival. Und Woodstock ist ein ganz interessanter Wendepunkt, aber auch gleichzeitig für die Hippie-Kultur. Und läutet, das sagen tatsächlich viele Leute, läutet tatsächlich so ein bisschen den Untergang auch ein der Hippie-Bewegung. Oder das war gleichzeitig der Höhepunkt, aber auch der Anfang vom Ende so ein bisschen. Weil natürlich durch Woodstock wurde viel kommerzialisiert von der Hippie-Bewegung. Und das finde ich ganz interessant, weil natürlich, ja, das ist alles, was Hippies ablehnen, ist diese Kommerzialisierung. Aber da komme ich gerne später nochmal drauf zurück, wenn es dann auch wirklich darum geht, wie die Hippie-Bewegung letztendlich geendet hat. Ja, aber jetzt haben wir so viel über das Hippietum geredet und haben noch gar nicht so viel über die Mode selber gehört. Darüber hast du ja ein bisschen was vorbereitet. Also, ja, erzähl doch gerne mal, was die Hippies so angezogen haben. Sehr gerne doch. Also, ich denke, dass wirklich selbst jeder Mensch, der nicht, wie wir, Modedesign studiert hat oder sonst etwas, weiß, wie ein Hippie aussieht. Also, das kommt in so vielen Filmen vor und man hat es auf so vielen Bildern gesehen. Ich glaube wirklich, die Hippie-Mode ist so eins der am besten bekanntesten Modestile, kann man das so sagen? Ja. Und deshalb wisst ihr wahrscheinlich auch alle, die Silhouette zu der Kleidung war meistens sehr weit und flatterig. Also, auch da zeigt sich dieser Drang nach Freiheit und Non-Konformität und man will sich nicht einengen lassen, nicht mal von Kleidung. Und man sieht natürlich auch immer mal wieder den in den 60er Jahren neu aufgekommenen Mini-Rock. Und ein Vögelren hat mir gezwitschert, dass wir darüber bald sogar noch ein bisschen mehr hören werden. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Aber, naja, die meisten Frauen verzichteten allerdings, also in der Hippie-Bewegung meine ich, verzichteten dann doch eher auf den Mini-Rock. Und die Röcke, die sie getragen haben, waren meistens sehr lang und hatten so eine Maxi-Länge. Das lag jetzt aber nicht daran, dass die Frauen irgendwie Angst gehabt hätten, Haut zu zeigen oder so. Nee, nee, nee. Denn wie Magda ja vorhin schon gesagt hat, wir befinden uns mitten in der sexuellen Revolution. Also, zeig deinen Körper, tu mit deinem Körper, was auch immer du willst. Alles ist erlaubt. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Mode wieder. BH, wer braucht schon einen BH? Ja, das haben wir ja in unserer Unterwäsche-Folge schon erwähnt, dass einfach in den 60ern, ja, das auch ein Zielmittel eben war, womit man sich eben auch durch seine Kleidung klar abgegrenzt hat, einfach ohne einen BH zum Beispiel zu gehen. Ja, und ich meine, das führt jetzt zu weit, darüber will ich gar nicht so lange diskutieren, aber eigentlich tragen wir Frauen nur einen BH, weil es gesellschaftlich einfach schon immer so war, dass unsere Brüste irgendwie gestützt und beschützt sind. Und deshalb tragen wir einen BH. Eigentlich brauchen wir keinen BH, rein theoretisch. Weißt du, was ich meine? Ja, eigentlich ist es sogar gesünder, gerade für Mädels mit mehr Oberweite, da zähle ich mich auch selber rein. Also, meine Kapchengröße möchte ich jetzt hier nicht kundtun. Aber es ist tatsächlich für, gerade für Mädels mit größerer Oberweite, kann ich euch sehr empfehlen, ab und zu mal einen Tag ohne BH rumzulaufen. Weil BHs tatsächlich für viele Prozent oder eine große Prozentzahl von Rückenschmerzen im Brustwirbelbereich bei Frauen verantwortlich sind. Weil eben das Band, meistens, die meisten tragen ja keine richtige BH-Größe, ihr natürlich schon, weil ihr wisst ja, wie man es vermisst, haben wir auf Instagram gepostet. Aber die meisten Frauen eben nicht. Und daher kommt eben, dass es meistens zu eng sitzt und dadurch entstehen viele, viele Rückenprobleme in der Brustwirbelsäule. Ja, Leute, verzichtet auf den BH, wenn ihr daheim seid. Ja, wenigstens, wenn ihr daheim seid. Ja, nein, aber ich wollte ja nur nochmal darauf hinweisen, dass wir rein theoretisch kein BH tragen müssten und es einfach so in uns verankert ist, dass wir es tun, ohne darüber nachzudenken. Aber die Hippies damals haben darauf verzichtet. Und oft waren dann auch die Blusen oder Oberteile, die man drüber getragen hat, auch durchsichtig oder zumindest halbdurchsichtig oder sonst was. Sodass man auch wirklich gesehen hat, dass man kein BH anhatte. Und auch noch sowas, was in uns so verankert ist, dass wir es tun, ohne darüber nachzudenken, sich zu rasieren. Das ist so in uns verankert, wir tun es. Wir rasieren uns die Beine, wir rasieren uns die Achseln, weil es dann einfach das Selbstverständlichste der Welt ist. Aber eigentlich sollte man sich auch da immer mal wieder fragen, habe ich überhaupt Bock darauf? Die Hippies hatten nicht so Bock drauf und haben es deshalb meistens auch einfach nicht gemacht. Denn alles war, wie gesagt, frei und dir selbst überlassen. Tu es, tu es nicht. Es ist deine Beinbehaarung. Und so war es auch in der Mode. Also alles war sehr frei, sehr bunt, sehr kreativ, sehr spielerisch. Die Kleidungsstücke wurden hauptsächlich selbst hergestellt. Oder schon vorhandene Kleidungsstücke wurden bestickt, bemalt. Upcycling war total am Trend. Und hier komme ich echt zu einem wichtigen Punkt. Denn einer der wichtigsten Punkte der Hippie-Mode oder generell der Hippie-Bewegung war ja, gegen den Konsum zu gehen und gegen die Konsumgesellschaft. Also man ging nicht in große Kaufhäuser und kaufte sich Kleidungsstücke, die irgendwie hippiemäßig aussahen. Sondern man griff selbst so Nadel und Faden oder auch Schere und Klebstoff, was auch immer und stellte die Produkte selbst her. Und hier kommt ein kurzer Einschub meinerseits. Jetzt, denn gerade weil die Hippie-Mode ja so eine Anti-Konsum-Mode war, also ich meine, die Hippie-Bewegung war ja eine Gegenbewegung. Und die Hippie-Mode war auch eine Gegenmode. Das war eine Anti-Mode. Und deshalb finde ich es jetzt irgendwie total merkwürdig zu sehen, wie große Modemarken einen Haufen Geld machen mit in Anführungszeichen Hippie-Kleidung. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das ist ja immer wieder, also gefühlt jeden Sommer irgendwie so Trend, diese Boho-Styles oder diese Hippie-Blumenkleidchen. Das finde ich auch immer so ein bisschen abstrus, das zu sehen in den Modemagazinen, weil das im Prinzip komplett dem eigentlichen Punkt widerspricht, den man damit erreichen wollte. Genau, weil wir haben zum Beispiel auch vor ein paar Tagen online eine Jeans gesehen, die war in einem Bartik-Muster. Zu Bartik kommen wir auch später noch. Und ich will jetzt ja auch alle, Bartik war ja eins der großen Hippie-Trends. Und ich weiß nicht mehr, was für eine Marke das war, aber es war auf jeden Fall eine große Marke. Ich habe jetzt gerade nur vergessen, welches war. Und diese Bartik-Jeans, ich meine, die sahen wirklich cool aus, das möchte ich gar nicht betreffen, aber die hat, halte ich fest, 400 Euro gekostet. Was? Entschuldigung, dann glaube ich lieber eine von meiner Mama und Bartik-Jeans gekostet. Ja, aber ich finde, der Punkt ist, das war ja auch eine große Marke. Das war jetzt kein Small Business, bei dem jemand da saß und in Handarbeit die Jeans genäht und gebartigt hat, sondern das war eine große Modefirma, die für 400 Euro eine Bartik-Hose verkauft hat. Das ist verrückt. Und Leute, versteht mich nicht falsch, das soll jetzt nicht heißen, dass ihr euch bei irgendeinem anderen Moderiesen für 20 Euro eine Bartik-Jeans kaufen sollt. Das meine ich damit nicht. Ganz und gar nicht. Denn ich kann euch sagen, Fast Fashion ist generell ein Riesenproblem, über das ich wirklich wortwörtlich jeden Tag nachdenke. Und wie gesagt, das ist generell ein Problem. Aber irgendwie nervt mich der Fakt, dass aus der Mode einer Anti-Konsum-Bewegung so viel Geld gemacht wird, nervt mich irgendwie nochmal auf so einer ganz anderen Ebene. Ich finde es total blöd. Und deshalb, das ist das, was ich damit sagen wollte, wenn ihr euch eine Bartik-Hose kaufen wollt. Also jetzt nur so als Beispiel. Dann kauft sie nicht für 400 Euro, geht aber auch nicht zum nächsten Moderiesen mit zwei Buchstaben und kauft sie dafür 19,99 Euro. Kik hat doch drei Buchstaben, Paulina. Sondern schaut euch um und kauft sie euch bei einem unabhängigen Handmade-Shop oder macht sie einfach selbst. Denn so habt ihr am Ende des Tages ein richtiges Hippie-Kleidungsstück und habt die ultimative Hippie-Erfahrung gleich mit dazu. Und so sehe ich das nicht nur bei Bartik, sondern auch bei allen anderen Hippie-Kleidungsstücken. Gebt nicht den großen Modehäusern euer Geld. Generell nicht. Aber wenn es um Hippie-Mode geht, schon fünfmal nicht. Das ist wirklich, das ist der Punkt verfehlt. Absolut. Genau, weil hier geht es ja gerade darum, gegen die Konsumgier großer Häuser zu sein. Und deshalb, wenn ihr ein Kleidungsstück haben wollt, was Hippie-mäßig ist, dann geht zu einem kleinen Handmade-Shop, das solltet ihr sowieso immer machen, unterstützt die, kauft dort oder macht es selbst oder geht in einen Secondhand-Shop. Denn das ist der richtige Hippie-Spirit, meine Freunde. Ja. Aber zurück zur Hippie-Mode. Ich habe ja vorher schon gesagt, es wurde sehr viel bestickt, bemalt etc. mit Perlen, mit Fransen und mit allem, was auch immer du gerade zur Verfügung hattest. Und die beliebtesten Motive, die man bemalt oder besprayt oder gestickt oder was auch immer hat, waren natürlich Herzen für die Liebe und Blumen. Und Blumen waren ja sowieso überall vorhanden. Auf Kleidungsstücken, entweder Imprint oder drauf gemalt oder im Haar. Man hat sich Blumenkränze ins Haar gesteckt und daher nennen wir sie auch die Blumenkinder. Ja. Darüber werden wir wahrscheinlich später noch reden. Aber eines der beliebtesten Symbole dieser Bewegung, die man eben auch immer auf Kleidung oder auch im Schmuck oder sonst wo gefunden hat, ist das Peace-Zeichen. Und auch wenn ihr mich nicht so doof haltet, aber mir ist erst bei der Recherche aufgefallen, dass ich keine Ahnung hatte, wofür das Peace-Zeichen steht. Ich auch nicht. Ich wusste es nicht und ich bin, ich will nicht sagen, wie alt ich bin, aber ich bin mein Leben lang ohne dieses Wissen durch die Welt gelaufen. Aber falls es ein oder zwei oder drei Menschen da draußen genauso geht wie uns, dann werde ich euch jetzt erleuchten. Denn das Peace-Zeichen, also das, das wir heute als das Peace-Zeichen alle kennen, dieser runde Kreis mit den Strichen innen drin, wurde erstmals 1958 vom britischen Künstler Gerald Holmton hergestellt. Und zwar bei einer Kampagne zur nuklearen Abrüstung. Denn wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, wir sind ja mitten im Kalten Krieg. Es wurde sehr viel nuklear aufgerüstet und das wollten die Hippies natürlich nicht, selbstverständlich nicht. Und deshalb haben sie auch sehr viel demonstriert, um die Nuklearwaffen wieder abzurüsten. Und bei einer dieser Kampagnen hat er eben dieses Peace-Zeichen entworfen. Denn laut ihm stellt das Symbol eine Kombination zweier Zeichen dar. Also er hat die sich rausgenommen aus dem Winker-Alphabet und in diesem Kreis... Bisschen so wie Fluglotsen für Leute, die sich jetzt darunter nichts vorstellen können. Also wo man so mit den Armen so bestimmte Zeichen einfach gibt. Wusstest du das, weil du auf der Waldorfschule warst? Nein, da hatte ich kein Winker-Alphabet, da hatte ich Eurythmie. Also man hat natürlich absolut recht, so ungefähr, also so sieht das Winker-Alphabet aus. Und in diesem Kreis erkennt man eben zwei Zeichen aus diesem Winker-Alphabet. Und zwar das N für nuklear und das D für disarmend, also Abrüstung. Und deswegen wird es auch das CND-Symbol, by the way, genannt, weil es aus dieser Campaign for Nuclear Disarmament stammt. Exactly, Magdalena. Das habe ich auch nicht auf der Waldorfschule gelernt. Aber jetzt wissen wir es immerhin, ich finde das sehr interessant. Und laut ihm stellt der Kreis um dieses C, äh, Quatsch, das C. Dieser Kreis um das N und D stellt laut ihm die Erde dar, die uns alle umschließt und umgibt. Und daher der Name CND und deshalb steht dieses Zeichen für Frieden. Ein ganz wichtiger Punkt in der Hippie-Mode war aber auch, dass alles Unisex war. Also ich meine, wie wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, wir sind in der sexuellen Revolution. Was nicht nur heißt, dass jeder mit jedem was anfangen kann, sondern was auch heißt, dass die Geschlechterrollen, also diese traditionellen Geschlechterrollen, komplett aufgeweicht wurden. Mann, Frau, das spielt überhaupt keine Rolle. Was auch immer du tragen willst, wurde getragen. Oder was auch immer du sein willst, sei es. Ja, das zählt ja auch zu diesen gesellschaftlichen Standards von vorher. Also gerade in den 50ern waren ja die Geschlechterrollen sehr, sehr strikt und sehr, sehr klar abgegrenzt. Also der Mann geht arbeiten, verdient die Brötchen und die Frau passt zu Hause auf die Kinder auf. Und da hat man sozusagen auch mit der Mode gegen revoltiert, indem man es einfach komplett aufgelöst hat, diese Geschlechterrollen. Ja, was ich auch ziemlich cool finde, muss ich sagen. Und ja, diese Aufweichung von Geschlechterrollen gilt eben wirklich für alles. Also es gilt für Mode, für Frisuren, für einfach alles. Und deshalb trugen Männer und Frauen einfach auch das Gleiche. Also alle hatten im Prinzip, ich meine, das seht ihr ja auch auf den Fotos von damals. Irgendwie hatte jeder das Gleiche an und jeder hatte auch dieselben Haare. Also alle hatten lange Haare. Und das ist auch in sehr vielen Dokus so, wenn Leute über ihre Erinnerungen an damals berichten, dass sie dann immer so sagen, ja, man hat sofort an den Haaren schon erkannt. Bist du einer von uns oder bist du einer von den Spießern? Man hat das sofort erkannt. Und das war natürlich für die ältere Generation, also die Eltern- oder Großelterngeneration, für die war das natürlich total irritierend, weil Männer hatten kurze Haare. Und plötzlich hatten sie alle lange Zotteln auf dem Kopf und alle waren so, was ist denn das plötzlich? Das war super verwirrend. Aber für die junge Generation waren die langen Haare eben elementar wichtig. Eine Frisur, die aber auch angesagt war, waren Dreadlocks. Und da möchte ich auch kurz was dazu sagen, weil auch das mir bis vor kurzem nicht klar war. Also ich komme mir heute wirklich sowas von doof vor. Aber das kennt wahrscheinlich jeder. Man nimmt Dinge oft einfach immer hin und hinterfragt sie nicht. Vor allem, wenn es einen nicht so unfassbar interessiert. Und Dreadlocks war immer so eine Frisur, die mich nicht so sonderlich interessiert hat. Und deshalb habe ich mir darüber auch nie groß Gedanken gemacht. Und habe mir eben auch über den Begriff Dreadlocks nicht so viel Gedanken gemacht. Aber das möchte ich jetzt kurz tun, denn ich finde es sehr interessant. Denn der Begriff Dreadlocks an sich impliziert schon einen gewissen Rassismus. Denn Dread heißt auf Englisch die Furcht und Dreadlocks wurden so benannt, nachdem englische Soldaten in einem Kolonialkrieg in Afrika auf afrikanische Krieger gestoßen sind, die eben diese Frisur hatten. Und das hat ihnen natürlich Angst gemacht. Ich meine, das war ja alles neu und so weiter und so fort. Und deshalb haben sie das Dreadlocks genannt. Aha, das wusste ich gar nicht. Nein, wusste ich auch nicht. Ich habe nie darüber nachgedacht, warum Dreadlocks Dreadlocks heißen. Und für den einen oder anderen da draußen, der sich darüber vielleicht auch noch nie Gedanken gemacht hat, das war die Antwort. Und deshalb sollte man Dreadlocks eigentlich nicht sagen. Und das fand ich sehr interessant. Und wie dann? Ja, das habe ich mich dann auch gefragt. Weil das war hauptsächlich in englischen Artikeln. Und die haben dann nie so eine richtige Alternative gegeben. Also sie haben dann meistens einfach gesagt, Dreadlocks oder, also ich habe einen Artikel, den ich euch natürlich auch verlinken werde, aus der Vogue dazu auch gefunden, in dem eine junge Afroamerikanerin auch erzählt, also sie hat diese Frisur und sie erzählt da eben auch darüber, warum sie das nicht Dreadlocks nennen möchte. Und ja, der Artikel ist ziemlich interessant. Also wenn es euch interessiert, der ist auf jeden Fall in den Shownotes. Lest ihn euch durch, das ist sehr interessant. Und es ist doch immer gut, wenn man sich ein bisschen weiterbildet in allen Richtungen. Was natürlich auch super beliebt war in der Zeit, waren Jeans. Und das ist für uns heute selbstverständlich. Ich meine, jeder hat eine Milliarde Jeans in seinem Schrank und trägt Jeans fast täglich. Damals war das aber noch ziemlich neu. Also dass Jeans so zu einer Alltagshose wurde. Und wir werden auch mal eine gesamte Folge über Jeans machen. Das steht auf jeden Fall schon fest. Aber was man hier schon mal dazu sagen kann, dieser Aufstieg von der Jeans zur Alltagshose begann eben damit, dass nach dem Krieg, man hatte noch nach dem Krieg sehr, sehr viele Restbestände von Jeans. Und ja, die brauchte dann ja keiner mehr. Und die sind dann eben auch in Umlauf geraten. Und so trugen dann auch immer mehr junge Leute Jeans. Und was natürlich immer eine Rolle spielt, junge, coole Filmstars wie James Dean oder Marlon Brando haben natürlich Jeans getragen. Und dann war der Erfolg von Jeans natürlich im Prinzip schon besiegelt. Und in Zeiten der Hippies war dann eben die Jeans schon so eine richtige Alltagshose. Und vor allem eine besondere Jeansform und zwar die Schlaghose. Ich glaube, die Schlaghose ist auch so eins der Kleidungsstücke, die jeder mit Hippies verbindet. Es ist so ein richtiges Hippie-Essential. Ich finde auch ehrlich gesagt, also ich meine, die kommt ja immer mal wieder in Mode. So wirklich offiziell. Aber ich persönlich finde, Schlaghosen, die kann man noch immer tragen, Leute. Ganz ehrlich. Also ich habe noch nie eine Schlaghose gesehen in keiner Zeit meines Lebens, von der ich dachte so, oh mein Gott, bist du out of style. Also ich persönlich, was komisch lenk, weil wie gesagt, wir haben ja beide Models sein studiert. Aber ich persönlich bin sowieso komplett gegen Trends. Ich hasse es einfach. Trag das, was dir Freude macht. Und ich finde, gute Mode sieht immer gut aus. Und ich finde, dieser starke Trend hin zu Trends, der verstärkt ja auch noch mehr Fast Fashion und noch mehr die Wegwerfgesellschaft. Und jetzt bin ich sowieso raus, weil jetzt sollen ja angeblich Hüfthosen wieder zurückkommen. Und jeder, der Anfang der 2000er gelebt hat, weiß, was das für ein scheiß Qual ist, Hüfthosen zu tragen. Ja, naja, wenn ich jetzt 18 wäre und einen Körper hätte wie Christina Aguilera damals, dann würde ich es mir vielleicht überlegen. Aber wie gesagt, ich gebe nichts auf Trends. Tragt, was auch immer ihr wollt. Gute Mode sieht wirklich immer gut aus. Und damit Punkt. Und wenn ihr Schlaghosen tragen wollt, tragt sie. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Und, naja, die Hippies haben sich auf jeden Fall getragen. So viel steht fest. Und ursprünglich kam der Name Schlaghose von dem Geräusch. Weil ja die Schlaghose geht ja unten am Saum sehr weit auseinander. Ja, die flübbeln dann so gegeneinander beim Laufen. Genau, und das schlägt aneinander. Und daher der Name Schlaghose. Ursprünglich wurden Schlaghosen übrigens hauptsächlich von Arbeitern getragen. Also zum Beispiel Zimmermannsleuten. Ja, damit die Späne nicht in die Schuhe fallen. Daher kommt es doch eigentlich, oder? Genau. Und auch bei Matrosen, damit die Schuhe nicht nass werden und so. Ja, genau. Aber, naja, der aufmerksame Zuhörer wird noch wissen, wie sich das nennt. Das ist der Bubble-Up-Effekt. Irgendwann haben es nämlich die stylischen Hippies für sich entdeckt und haben es dann einfach so getragen. Was auch sehr witzig ist, ich glaube, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, dass die Hippies sich ja eben immer, also gegen die Konsumgesellschaft sind und für dieses freie Leben und so weiter und so fort. Aber das sieht man ja auch in allen Statistiken, die wir heute haben, sehr, sehr schön. Hauptsächlich waren Hippie-Kinder Kinder aus der Mittelschicht. Kinder, denen es gut ging. Und oft Kinder, die überhaupt gar keine echten Probleme im Leben im Prinzip vorher kannten. Aber durch ihr Aussehen und durch ihre Lebensart das eben so nach außen getragen haben, was ich sehr interessant finde. Aber das ist ein anderes Thema und damit fange ich gar nicht erst an, denn sonst sitzen wir übermorgen noch hier. Zurück zur Mode. Viele Leute damals liefen auch einfach barfuß rum, denn wer braucht schon Schuhe? Diejenigen, die aber Schuhe getragen haben, trugen meistens entweder Plateauschuhe, vor allem in den 70ern kamen die ja richtig in Mode. Und da kannte man auch gar nichts. Fünf Milliarden Zentimeter Absatz, kein Problem. Ja, so schleift ihr auch die Schlaghose auf den Boden. Genau, das ist nämlich der Punkt. Das sagt meine Mama auch immer, die Schuhe mussten ja auch ein gewisses Plateau haben, sonst hast du ja auch ein Problem mit der Hose. Also, einfach nur logisch. Oder was natürlich auch viel getragen wurde, die Jesuslatschen. Wichtige Einflüsse der Hippie-Bewegung kamen natürlich auch von Fernost, denn wie wir ja vorhin schon gehört haben, die jungen Leute zog es sehr stark in andere Länder, denn sie waren natürlich, also das heißt natürlich, aber sie haben ja auch gesehen, wie ihre Eltern gelebt haben, wie ihre Großeltern gelebt haben. Sie haben gesehen, wie festgefahren die Gesellschaft in vielen Hinsichten war und dachten sich dann eben, wahre Spiritualität oder den Bezug wieder zurück zur Natur und dem wahren Leben können sie hier nicht finden. Und dort eben natürlich eher. Und diesen Einfluss sah man natürlich auch bei der Mode, ganz klar. Ja, also sehr viele Kleidungsstücke wurden von dort mit hierher genommen und veränderten das Modebild komplett. Und auch viele Muster der Zeit kamen von dort in unsere Welt und bereicherten die dann auch dadurch. Und vor allem ein Muster war nicht wegzudenken aus der Hippie-Gesellschaft, das Bartek-Muster. Oh ja. Und das ist so wichtig und hat eine so interessante History, was wir überhaupt nicht wussten, dass wir an dieser Stelle nicht darüber weiterreden werden und unser Patty vor dem Thema Bartek widmen werden. Aber nun, meine Freunde, werde ich aufhören zu reden und wir werden mal etwas ganz Neues machen, denn wir werden das erste Mal in unserem Podcast jemand anderen zu Wort kommen lassen. Endlich mal. Und zwar eine Zeitzeugin. Das klingt wirklich, als wäre sie mit der Mayflower mit gesegelt. Aber nein, so alt ist sie nicht. Herzlich willkommen in unserem Podcast Rose von Titanic. Aber ich dachte mir, da ich ja sowieso in jeder Folge sowieso nur nachplappere, was meine Mutter mir gesagt hat, egal ob es um Hitchcock geht, Poirot oder sowas. Kann auch einfach direkt sie den Podcast machen. Genau, also der Podcast wird wahrscheinlich bald heißen Magdalena, Pauline und Paulines Mutter, wenn es so weitergeht. Deshalb begrüße ich jetzt, Ladies und Gentlemen, meine Mutter. Juhu. Hallo. 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 Namaste. Grüß euch. Herzlich willkommen im Podcast. Also ich bin die Mama von Pauline und ich bin ein Glückspilz. Außerdem bist du mittlerweile schon mehr als berühmt in unserem Podcast. Weil es in jedem Podcast irgendwas von dir erzählt ist. Das ist mir nicht zurecht. Also. So ist es halt, wenn man Mutter ist. Wenn man Mutter ist, ja. Überlegt es euch gut da draußen. Genau. Mutter sein. Oh je. Also. Ich bin also ein Glückspilz, denn ich bin in den 70er Jahren jung gewesen. Und ich kann nur sagen, es war bunt. Und ich war bunt. Und ich bin heute noch bunt. Die 70er, das ist für mich nicht einfach nur bunte Mode. Das ist ein Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl zeigt sich in dieser Mode. Das ist Lebensfreude, die sich ausdrückt. Also so würde ich es sagen. Ja, dann erzähl doch mal, was habt ihr denn so getragen? Also was hast du so getragen? Ja, oh je. Hauptsächlich Omas Unterhemden, habe ich gehört. Ja. Ja, nee, weil das ist, wie gesagt, ein Lebensgefühl. Ich habe mit neun die Bhagavad Gita gelesen, mit zwölf zum ersten Mal Hare Krishna, mit Hare Krishna in den Straßen getanzt, da hat man sich auch sehr daran orientiert. Ihr wisst heute noch, glaube ich, könnt ihr ja auf YouTube auch sehen, was Hare Krishna Leute getragen haben, ja. Aber das war, wie gesagt, unser indisches Lebensgefühl, was ja auch vermittelt wurde. Und ja, für mich ist das, wie gesagt, ein Ausdruck, diese Mode. Es nützt nichts, wenn jetzt jemand hingeht und sich heute irgendeine Partykose kauft, ja. Für mich war das Glück und Freiheit, Frieden. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Diese ganze Lebenseinstellung hat sich in dieser Hippie-Mode gezeigt, ja. Und vor allem, was immer unterschätzt wird, man hat es halt selbst kreiert. Wir hatten keine Läden, wo man hingeht und sich das jetzt kauft, ja. Und zum Beispiel meine Lieblingshose, da habe ich viele, ich sage es euch Leute, viele Physikstunden gearbeitet. Ich hatte die Hose ja an im Physikunterricht und habe trotzdem das stundenlang gestickt, ja. Von oben bis unten stand dann Leonard Cohen, war bei mir jetzt halt. Ach, war das schön. Aber Arbeit. Ich habe die Hemden von meinem Vater umfunktioniert zum Minigleid. Ich habe von meiner Mutter eine alte Bluse mal bekommen, da habe ich dann Peace-Zeichen drauf gemacht, Blumen drauf gestickt. Ich habe zum Beispiel aus Knete dann Perlen gemacht und habe sie bunt angemalt. Und da hat man dann zum Beispiel, auch das, es gab ja nicht irgendwelche Farben oder so. Ich konnte nicht in ein Geschäft gehen, Farben kaufen, ach, wozu auch. Ich habe rote Beete genommen, ich habe mit grünen Gräsern gefärbt. Und da hat dann auch mal, ich erinnere mich gut, wie es dann aus der Küche rief, Wolfgang, wo ist denn der Spinat zum Mittagessen? Und da gab es Ärger. Und der Spinat, da habe ich mir natürlich gerade in meinem Zimmer so ein Kleeblatt auf meine Hose mit versucht zu malen. Ja, aber so war das, Leute. Ja, man hat es selbst gemacht. Und ich habe alles ausprobiert. Also, wie gesagt, das war so dieses Gefühl von Freiheit, Liebe. Das gehört ja auch dazu, viele Ideen, aber auch mit Liebe und viel Aufwand das machen. Und die Pauline, die hat damals gelacht, als ich ihr zum ersten Mal erzählt habe von meinen ersten Strickversuchen. Aber das war halt viel Arbeit. Mein Freund hatte Schafe. Und die habe ich dann mitgeschoren. Und dann haben wir die Wolle gewaschen. Am Spinnenrad seiner Mutter habe ich das gesponnen. Da war viel Blut geflossen, Leute. Das war ja nicht so einfach. Dann haben wir die Wolle gefärbt. Auch das wieder mit Gräsern. Auch da wieder probiert. Rote Beete kann ich immer nur empfehlen. Die wurde halt schön bunt. Und das war ja auch das Gute. Es durfte ja alles sein, wie es halt ist. Man konnte also niemandem sagen, das hat jetzt nicht geklappt oder so. Es ist ja alles irgendwie, irgendwie wird es ja alles irgendwie bunt. Und für mich ist er geeignet. Weil ich konnte das nicht gut. Aber letztlich war es ja immer schön. Dann habe ich den Pullover gestrickt. Und das war halt dann auch irgendwie traurig für mich. Weil als ich den präsentiert habe, den Pullover, die ersten Pullover, ohne Witz, die blieben auf dem Boden stehen. Die standen mitten im Raum. So fest waren die. Hatte zum Glück einen netten Freund, der sich trotzdem gefreut hat. Aber ich finde, das ist auch das Coole irgendwie an dieser Hippie-Mode, dass man ja nicht was Perfektes haben wollte. Also kein perfektes Kleidungsstück, sondern einfach, dass es einfach schön aussieht. Ja, was Individuelles vor allen Dingen. Genau. Es war immer sehr individuell. Ja, weil ich kann das alles nicht so. Und für mich war die Zeit deswegen geeignet. Aber es war halt eben, weil man auch an Materialien nicht so leicht dran kam. Man hatte ja auch so seine Träume. Und wie man sich so vorstellt. Und zeitweise gab es halt einen riesen Run. Und darauf spielt Pauline an. Auf die Aussteuerware der Omas. Da sind mal drauf gekommen, oh, diese Aussteuerware, das sind so ganz festes Leinen. Schön weiß. Und unten so eine Bordüre. Und die armen Omas. Da ging natürlich dann der Run drauf los. Da konnte man so schön tunigen. So in, ah, herrlich. Meine Oma hat zwar nachgegeben, aber ich erinnere mich wirklich gut. Wie meine Mutter so ganz energisch vor ihrer Schlafzimmertür, vor der Schlafzimmertür meiner Eltern stand, weit ausgebreitete Arme und geschrien hat, geh, Hände weg von meinen Paradekissen. Weil das war natürlich mein Traum. Diese Paradekissen. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Auf dem Ehebett lagen die so riesige Paradekissen. Außen so eine Bordüre. Und das, das hätte ich gern gehabt. Naja. Aber dafür hat sie mir dann meinen ersten Jeans Maxi-Rock genäht. Das war schön. War doch ein guter Traum. Ja, den habe ich heute noch. Das war schön. Aber ich finde auch, das ist wieder so ein T-Beating. Weil wir hatten es ja vorhin auch über Fast Fashion. Und das meine ich halt. Also, dass deine Mutter dir dann einen Maxi-Rock näht, der für dich dann cool ist. Und man behält den und pflegt den. Also, ich meine, meine Großeltern, die haben seit 30 Jahren auch dieselben Kleidungsstücke. Und die halten immer noch. Ja, ich habe meine alten Schlaghosen noch, Leute, und habe die noch an. Und meine alten Kleider. Also, ihr seht, wir haben hier einen richtigen Vollblut-Hippie sitzen. Ja, ich bin ein Blumenkind geblieben im Herzen. Ja, und auch so, ne. Ich ziehe mich immer auch ganz bunter. Und, ne, das ist bei mir, weil ich habe mich heute noch nicht daran gewöhnt, dass Männer lange Haare haben und nicht geschminkt sind. Ne, keine lange Haare. Dass sie keine langen Haare haben. Also, an Kurzehaare habe ich mich nie gewöhnen können bei Männern, ja. Und, ja, ne, also das Lebensgefühl ist ja auch geblieben. Das war ja eben, wie gesagt, weil es eben ein Ausdruck von mir ist. Ich habe da reingepasst oder mich hat es geprägt. Keine Ahnung, ich bin einfach so. Aber für die Omas, das war hart. Weil die Enkel haben sich so komisch verändert. Die konnten das ja gar nicht verstehen, ne. Und ich höre das heute noch, wie meine Oma immer so zu ihren Freundinnen und so, so ganz hilflos. Ach Gott, ach Gott. Anna und so, ne. Mein Enkel ist jetzt ein Beatles, der ist ein Gammler. Ach Gott, ach Gott. Das war für die ganz eine andere Welt. Das war eine sehr große Veränderung damals für die Eltern und Großeltern. Ja, es war ja eine 180-Grad-Wende im Prinzip. Genau. Die konnten die Welt nicht mehr verstehen. Die haben dann auch gefragt, wie sieht das denn bei euch später aus? Können solche Individuen überhaupt noch irgendwo mal arbeiten später? Oder, ne, war alles, alles so. Und dann war die verzweifelt. Also meine Oma, die hat dann immer verzweifelt meinem Bruder Geld angeboten. Immer so, Peter, 20 Mark hat man ja damals noch gehabt, für ein Zentimeter Haare schneiden, ne. Und ja gut, ja das war immer, wirklich, immer wieder so. Und mein Bruder, der hatte ja lange Haare, den Rücken runter und so ein Zentimeter fiel nicht groß auf. Und dann war das ein lukratives Geschäft, Leute. Der hatte immer mal wieder die 20. Ich ging leer aus, weil wir durften ja lange Haare haben, die Mädchen. Aber das war, aber das war natürlich auch immer, also gerade so morgens, ein Aufwand bei meinem Bruder. Ich kam immer zu spät zur Schule, weil der hat stundenlang gebraucht, ne. Da wurden die Haare von den Männern, die waren dann eben lang, schön, aber mussten gepflegt werden. Da wurde dann das gesprüht und dann wurde, aber das ging genau nach einem Ritus, das erinnere ich mich noch. Viermal rechts schütteln, viermal links, viermal nach hinten, viermal nach vorne, nach unten. Dann wurde irgendwas drauf gesprüht und dann ging das Ganze von vorne los. Und bis der ausgeschüttelt hatte, war fast der Schulbus weg, ne. Dann der viele Schmuck. Aber das finde ich ganz witzig, weil man ja immer denkt, die Hippie-Mode, weißt du, alles ist so locker und spontan und was auch immer. Aber ist es ja auch nicht. Also auch das muss ja gut hergerichtet werden. Ja, das muss ja kultiviert werden alles, ne. Mein Bruder war sehr eitel. Ja, da musste also, das war, man musste ja auch sehen wie Robert Plant. Also das Ziel hat man erreicht, wenn die Mädchen gesagt haben, boah, der sieht aus wie Robert Plant. Weiß ich noch. Dann war es Lebensziel für die Hose. Und dann morgens der viele Schmuck, der musste ja dann probiert werden. Und das fällt mir halt gerade ein, dass mein Bruder heute noch, man musste bestimmte Nägel lackieren in bestimmten Farben, ne. Hatte ja einen bestimmten Aussagewert bei Jungs. Und das macht er heute noch. Na, Pauline, der Peter hat heute noch diesen Nagellack. Ja, ja, ja. Heute kann man alles kaufen. Es klingt gerade, als würde ich aus einer Kommunen-Familie kaufen, was gar nicht so ist. Ja, why not? Also keine Familie, wenn ihr meine Großeltern kennen würdet. Aber es klingt gerade so. Naja, jedenfalls damals hat man, heute kann man alles so kaufen. Und das ist, deswegen, das könnt ihr euch gar nicht auch so vorstellen, glaube ich. Ich hatte zum Beispiel mal am nächsten Tag ein Date auf dem Schulhof. Und das war für mich wirklich undenkbar. Ich war die Einzige damals, ich war auch noch klein, hatte keinen bodenlangen Schal. Und ohne bodenlangen Schal, also das hätte ich nicht gemacht. Da wäre ich da nicht hin. Und dann habe ich mir so nachts von meiner Mutter dann so Wolle geborgt. Der hat dann auch gesagt, das schaffst du doch niemals in der einen Nacht. Aber das musste man dann halt schaffen. Da gab es so eine Single-Auskopplung, Ballroom-Blitz. Kennt ihr gar nicht mehr von Sweet. Magda wahrscheinlich, aber ich kenne mich damit Musik geborgen. Ballroom-Blitz. Und das geht ja rasend schnell. Und das habe ich mir dann, das war ja so eine Single-Auskopplung, ja. Und die habe ich aber mir dann ununterbrochen umdrehen müssen auf dem Plattenspieler. Aber das ist der richtige Rhythmus dann für genau das, wenn das zu schaffen ist. Und habe das die ganze Nacht, bis dieser fünf, sechs Meter lang Schal fertig war. Da hat man sich halt angestrengt. Aber dafür ist das Date auch schön geworden. Ja, ihr wisst, Hippie-Mode ist echt viel Arbeit. Ja, natürlich. Ja, klar, wenn man so viel auch selber macht, dann dabei, klar. Ich habe fast alles selbst gemacht. Damals gab es diese Läden auch nicht. Also am Anfang gab es da keine Läden. Später kamen dann die Headshops oder so. Aber am Anfang nicht. Ja, das kennt man ja heute. Da gibt es ja so vorgefertigte Hippie-Mode. Das haben wir gerade ja schon gehabt, das Thema. Ja, da gibt es ja bestickte Jeans, gibt es ja heute zu kaufen. Ja, wo du gerade eben erzählt hast, du hast in der Physikstunde immer deine Jeans bestickt und so. Das gibt es ja alles fertig zu kaufen heute. Ja, das gab es aber damals gar nicht. Das war was ganz Neues. Man musste sich da neu erfinden. Und dazu hatte man nur sein inneres Gefühl. Wie drücke ich mich aus? Und deswegen, für mich ist Mode immer ein lebendiger Ausdruck des Lebensgefühls gewesen. Immer. Aber das ist bei mir auch so geblieben. Aber das war halt auch ein anderes Flair. Ich war zum Beispiel in Schulsommerferien sechs Wochen in Griechenland mit meinem Freund. Und da gab es keine Touristen zum Beispiel. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen heute, gell? Damals gab es vereinzelt Hippies. Auf irgendwelchen Inseln hat man dann vereinzelt Hippies getroffen. Aber es gab keine Touristen. Oder keine, denke ich, Gedanken, Hotelzimmer und Denkbar. Und der Display war anders. Also wenn du, ach Gott, war ich glücklich im Studium, Leute. Werdet mich neidisch. Aber wenn ich in den Hörsaal, ja nee, das tut mir so leid für euch, wisst ihr. Aber wenn ich in den Hörsaal kam, da saßen dann bunte Männer und die haben gestrickt. Und da haben sie ihre große Ehre reingelegt, dass sie alle schön stricken können. Und die Frauen saßen da und haben gestillt. Und dann saßen die Backwands bei uns mit ihren leuchtenden Gewändern. Das ist ein anderes Lebensgefühl. Und ich habe seit ich 18 bin auch in Kommunen gewohnt. Das war für mich das einzig Normale. Sie meint WGs und nicht Kommunen. Nein, damals hieß es aber Kommunen. Das war für uns wichtig. WGs, den Ausdruck gab es nicht. Bei uns hieß es Kommune. Und da haben meine Eltern schon drauf geachtet, wie viele Leute. Das war gar nicht so einfach. Aber das musste es sein. Das war das Lebensgefühl. Weil meine Mutter kam dann auch immer und hat geguckt, ob die Fenster sauber geputzt sind. Naja, gut. Das ist die Sache. Aber wir hatten, wir hatten, ja meine Oma war... Das habe ich doch vorhin gesagt, mit diesen Wohlstandsjugendlichen, die dann sagen, ich werde jetzt ein Hippie. Aber dann kommt die Mama und kommt auf die Fenster. Ja, Leute, das war aber schon... Das war, ich hatte so ein Zimmer, das war so eine Haus-WG. Das erste war eine Haus-WG. Wir hatten kein Warmwasser. Wir hatten nur so ein Waschbecken. Und keine Dusche, kein Warmwasser. Aber jahrelang kein Telefon, kein Fernseher, sowieso nicht. Handys gab es ja auch nicht. Und dann habe ich einmal die Bettmatratze hochgenommen. Und dann waren tausend Silberfische und so. Meine Oma war mal... Ach Gott, stimmt. Einmal saß ich da und dann höre ich einen Riesenplatschen. Gott, war das peinlich. Ich höre plötzlich so ein Riesenplatschen. Und ich habe eifrig da gelernt und gucke. Und dann war meine Oma und meine Mutter kam überraschend zu Besuch. Und meine Oma war ganz außer sich. Hat die mit einem Eimer Wasser von den Nachbarn auf meine Fensterscheibe geschüttet, weil sie sagt, ach Gott, sind die Gammler so schmutzig. Das ist keine Fensterscheibe. Dann hat sie sich Zeitung geholt, weiß ich noch, und hat mit der Zeitung so die Fensterscheibe geputzt. Und sie sagt, meine Enkelin hat sauber zu wohnen. Ja, das war... Ja, aber wir haben... Ich hatte nicht mal einen Zimmerschlüssel. Wirklich, also nicht mal einen Wohnungsschlüssel oder Hausschlüssel hatten wir. Wir waren frei, ehrlich. Und es war die untere Straße in Heidelberg. Also eigentlich so, wenn man denkt, das Gefährdetste, ne? Naja. Aber wir haben halt nächtelang diskutiert über eine bessere Welt. Wir waren demonstrieren, wir haben viel getanzt. Und ich hatte halt das Glück, dass ein Freund von mir bei CBS gearbeitet hat. Und da habe ich natürlich alle LPs umsonst bekommen und alle großen Festivals. Magda stirbt wahrscheinlich gerade von uns. Ja. Und das tut mir leid, Magda. Das tut mir leid, aber so war es. Ich kam auf alle großen Festivals. Das waren ja auch schöner als Woodstock in dem Sinn, weil ganz ehrlich, alle Leute, die ich kennengelernt habe von Woodstock, konnten sich an nichts erinnern. Weil sie viel zu stoned waren. Während wir waren ja fit und wach, ne? Unsere Generation. Und haben einfach das genossen. Und auf diesem Festival waren viele Stände mit indischen Stoffen. Und wenn man halt mit so vielen Leuten in einer Kommune wohnt. In einer WG. Kommune. Dann kann immer einer nähen oder Schmuck herstellen, verstehst? Und dann hat man dann viel schöner. Aber was ich kurz sagen wollte zu den Festivals, weil das hat ja Magda vorhin auch schon angesprochen, mit diesem extremen Drogenkonsum und den Rauschzuständen. Und da hatten wir es ja vorhin auch schon kurz drüber, dass wir heute halt diese Hippie-Ära auch oft so total romantisieren. Und wenn man dann zum Beispiel auch an Woodstock denkt oder keine Ahnung oder an diese Be-Ins und Sit-Ins und sonst was, so denkt, ah wie cool. Aber wie meine Mutter ja auch schon gerade gesagt hat, die meisten können sich doch hinterher nichts mehr erinnern und sind sowieso in dem Moment gar nicht bei der Sache. Erzähl das mit George Harrison. Ach nee, traurig alles. Nee, ich meine, ich habe in meiner frühen Kindheit, hat man ja auch, in der frühen Jugend ja auch erlebt, wie viele da leider abgedriftet sind. Ich meine, zu viel und dann nicht mehr bei sich gewesen. Und wie gesagt, gerade in dieser Ära konnte ich die meisten nicht erinnern. Aber wir haben immer gesagt, wir 70er räumen den Dreck der Hippies weg. Der ersten Hippies. Die einfach alle so, die haben ihre Cola-Dosen in den Wald geschmissen. Wir 70er haben sie aufgeräumt. Also wir waren dann so Friedensbewegung. Und wir haben halt den tollen Teil abbekommen, verstehst du? Das Bunte. Aber wir waren wach dabei. Wir haben es also genießen können, aktiv. Und ja, und das tue ich eigentlich heute noch. Woran man auch gut sehen kann, Kinder da draußen, dass man den ultimativen, schönen Hippie-Lifestyle auch haben kann, ohne Drogen. Besonders, besonders. Also ich sage ja, wir haben es genossen. Und davon zehre ich heute noch. Also ich bin so, ich spüre heute noch dieses Schöne und Liebe. Und ich kann mich an alles erinnern, liebe Kinder da draußen. Ich bin nicht abgetrifftet. Ja, ich meine, wenn wir mal übernommen werden wollen von CTF, dann müssen wir schon einen Bildungsauftrag hier übernehmen. Ja, also bei mir ist da nichts, nichts tun. Und ich kann deswegen immer nur alle auch animieren, heute nehmt eure Kleidung, die ihr habt, macht sie bunt, macht sie schön. Aber das muss man halt auch leben. Aber nicht einfach dauernd Neues kaufen. Oder das kann man auch nicht kaufen, dieses Lebensgefühl. Das spiegelt ja, Mode spiegelt das, was du empfindest. Und wie gesagt, ich bin deswegen immer so ein Blumenkind geblieben. Ich bin froh, dankbar für das, was ich erlebt habe. Aber das kann man auch weitertragen. Und für mich sind die Wolken am Himmel immer noch bunt. Und ja, und meine Kleidung spiegelt das auch wieder. Okay, das war mein kurzer Beitrag. Also, ich wünsche euch alles Gute da draußen. Ich grüße euch. Okay, tschüss. Danke schön. Ja, das war doch ein sehr, sehr cooler Einblick auch so ins Lebensgefühl, fand ich. Also, ich fand es sehr, sehr schön, wie deine Mama das gesagt hat, dass man einfach dieses Lebensgefühl auch nicht kaufen kann. Natürlich kannst du heute in den Laden gehen. Heute gibt es das, ja, mit diesen bestickten Jeans, mit den vorgebartigten Shirts und so. Natürlich kann man sich das heute alles kaufen, aber dieses Lebensgefühl der Hippies, das kann man sich einfach nicht kaufen. Entweder fühlt man das oder halt nicht. Ja, ich finde es auch total. Es war mal so eine gute Insider-Möglichkeit. Weil ich meine, Magda und ich haben das ja nicht selbst miterlebt. Ja, so als sind wir dann auch wieder nicht. Wir können ja auch noch Filme durchrufen, genau. Und deshalb war das mal, weil es ja jetzt auch das erste Mal die Möglichkeit war, jemanden zu befragen, der in der Zeit gelebt hat. Und das haben wir schon in anderen Folgen auch gesagt, wir sind immer große Fans davon, Zeitzeugen zu hören. Und die meiste Zeit konnten wir es ja jetzt nicht wirklich live hören, die Zeitzeugen, sondern in Form von Zitaten. Aber ja, das fand ich richtig cool, dass deine Mama auch bereit dazu war, das zu machen. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, ich fand das auch ziemlich cool. Aber leider muss man ja sagen, ist diese Ära der Hippies irgendwann ja auch zu Ende gegangen. Aber warum? Ja, das ist für mich relativ leicht zu erklären. Und zwar habe ich ja vorhin schon angesprochen, und das hat ja deine Mama auch gesagt, diese Kommerzialisierung, dass du einfach immer diesen Konsum, das war einfach nicht der Lifestyle der Hippies. Und deswegen ist es für mich relativ simpel zu erklären. Ich habe ja schon vorhin gesagt, für mich persönlich war Woodstock so ein bisschen der Anfang vom Ende. Weil natürlich Woodstock sehr kommerzialisiert wurde, schon als es stattgefunden hat auch, aber besonders danach natürlich. Und also auch vor allen Dingen die Künstler, die auf Woodstock gespielt haben. Und deswegen ist es für mich einfach, das war so der Todesstoß, sage ich mal. Natürlich hat dieses Lebensgefühl trotzdem weitergelebt. Also die Leute, die dieses Lebensgefühl wirklich in sich getragen haben, die tragen es ja bis heute. Hat man ja bei deiner Mama vorhin gehört oder jetzt gerade. Aber diese wirkliche Bewegung, die ist durch diesen Konsum und durch diese Kommerzialisierung kaputt gegangen. Weil natürlich das komplett gegen den Lebensstil und die Grundsätze und natürlich auch gegen den Stil der Hippies gegangen ist. Und ja, viele von den Hippies oder einige der Hippies oder viele Leute, die damals in der Hippie-Bewegung mit tätig waren. Das haben wir am Anfang schon ein bisschen angesprochen. Diese Fortpflanzung der Bewegungen. Erst gab es die Hipster-Bewegung, dann kamen die Beatniks, dann die Hippies. Und aus den Hippies ist dann letztendlich die Punk-Szene entstanden. Die kennen wir ja mittlerweile auch. Ist in den 70ern entstanden. Einfach auch als Gegenbewegung, als Antimode, wenn man es mal aus modischer Sicht betrachtet. Aber die haben ja auch sehr viele Ideale der damaligen Gesellschaft abgelehnt. Das war ein bisschen radikaler, möchte ich mal sagen, als die Hippie-Szene. Irgendwie, ich würde sagen, das sind so wütende Hippies. Weißt du, was ich meine? Ja, also das ist tatsächlich auch wirklich richtig. Also viele der Ideale, theoretisch der Hippies, sind auch in der Punk-Szene zu finden. Aber die Punks wiederum, ja, es geht ja auch ein bisschen um die Ablehnung der vorigen Bewegung. Also die Punks lehnen vor allem diese Friedlichkeit und diese Liebe der Hippies haben sie halt nicht. Und ja, die Hippies haben sich halt ein bisschen weiterentwickelt. Wie gesagt, Punk-Szene ist daraus entstanden. War ein bisschen radikaler natürlich. Aber finde ich hier sehr, sehr schön nachzuvollziehen. Dass man wirklich so eine Evolution der Bewegungen hat, dass man wirklich genau nachverfolgen kann, welche Bewegung als nächstes kam und warum diese Bewegung als nächstes kam. Und ja, weil natürlich die Hippies, wie gesagt, haben diese Kommerzialisierung, den Konsum abgelehnt. Und als dieses ganze Ablehnen nicht geholfen hat, hat man sich eben noch weiter versteift auf diese Ablehnung und wurde dann zu Punks. Weißt du, wie ich meine? So kann man es, finde ich, ganz gut erklären oder verdeutlichen. Und was natürlich auch dazu kommt, was man ja auch sagen muss, diese junge Generation, die diese Hippie-Bewegung so angefangen hat und gegründet hat, die wurden ja auch erwachsen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die waren irgendwann nicht mehr diese aufständigen Jugendlichen, sondern waren selbst Erwachsene, die selbst dann oft so ein gesetteltes Leben geführt haben. Ja, und auch vielleicht ein bisschen den realistischeren Blick auf die Welt. Also das sieht man, finde ich, ganz schön auch. Viele der Leute zum Beispiel, die in Richtung Osten zum Beispiel ausgewandert sind oder einfach ausgestiegen sind aus dem Leben, das stellt man sich auch immer so romantisch vor. Aber auch diese Leute haben natürlich irgendwann gemerkt, dass man natürlich Geld braucht, um zu leben. Und es gibt tatsächlich, ich habe einen ganz interessanten Beitrag gefunden, den verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes. Auf jeden Fall habe ich einen Beitrag gefunden, der darauf auch so ein bisschen anspielt, dass tatsächlich viele dieser Aussteiger dann doch auch Geschäfte gegründet haben und dann davon leben konnten. Also, weil du kannst natürlich nicht immer nur von Erspartem leben und kannst natürlich nicht immer nur von der Hand in den Mund leben. Das ist natürlich mal eine Zeit lang interessant und auch sicherlich wichtig für die persönliche Entwicklung und auch für dieses Gefühl, für diesen Lifestyle, für diesen Hippie-Lifestyle. Aber du kannst halt das nicht jahrelang machen. Das haben irgendwann halt viele Leute gemerkt und haben dann eben, es gibt zum Beispiel, ganz witzig, in, ich weiß nicht mehr genau wo, aber irgendwo in einem heute relativ touristischen Gebiet, hat sich jemand damals selbstständig gemacht, ein Deutscher, mit Backwaren. Und natürlich heutzutage, ja, wenn du als Tourist da hinfliegst, fahren die Touristen halt voll darauf ab, weil sie halt dort dann auch heimisches Brot essen können. Und so ist eben dieses Business entstanden, was heute auch wirklich gut läuft. Und das ist auch eben so ein ursprünglicher Aussteiger, so ein ursprünglicher Hippie, ja, der mit Sicherheit auch noch diesen Hippie-Lifestyle lebt, aber halt aus diesem Hippie-Lifestyle dieses Business dadurch entstanden ist. Finde ich ganz witzig, diese Entwicklung. Aber ich meine, Gott sei Dank ist ja nicht der gesamte Hippie-Spirit verschwunden. Nein, nein, natürlich nicht. Da wollte ich gerade nochmal drauf zurückkommen, dass man natürlich auch in unserer Gesellschaft, so wie sie heute ist und natürlich auch an ganz besonderen Stellen der Welt, diesen Hippie-Spirit immer noch spüren kann. Also zum Beispiel dieses klassische Gedankengut der Hippies ist ja diese, die Ablehnung von Gewalt und auch von Krieg und dieser friedliche Protest auch einfach, was es ja, haben wir ja vorhin schon gesagt, das gab es vorher einfach nicht. Und zum Beispiel für uns natürlich nicht ganz unwichtig, die sexuelle Befreiung der Frauen, aber auch diese nukleare Anti-Haltung und natürlich auch... Kurze Frage, warum sind wir eigentlich wieder dazu zurückgekehrt, uns die Beine zu rasieren und wie Haas anzuziehen? Ja, frage ich mich auch gerade. Gell, warum haben wir das getan? Was war da los? Was war los in unseren Kämpfen? Wenn wir fertig sind mit aufnehmen, ziehe ich mal wie Haas sofort aus. Ja, aber natürlich auch das Ablehnen von Waffen, von Krieg und so weiter und so fort. Und das spürt man ja auch heute noch in der Gesellschaft. Also das ist eben Gedankengut, was vorher auch eben nicht so unbedingt da war. Und Stellen, an denen man es besonders spüren kann, das habe ich vorhin ja auch schon erwähnt, dass in Ibiza war so der erste Hippieherd sozusagen, wo viele Leute einfach nach Ibiza gefahren sind oder auch nach Formentera und dort eben dieses Aussteigerleben führen wollten. Und ich meine, ich selbst war noch nicht auf Ibiza, aber du hast schon öfter mal davon erzählt, dass es dort eben sehr, sehr viele kleine Boutiquen gibt mit ausgefallenen Einzelstücken, dass man eben dort diesen Hippie-Stil und diesen Hippie-Lifestyle vor allen Dingen heute noch spüren kann. Das finde ich sehr, sehr schön zu sehen. Ach Leute, fahrt nach Ibiza und auch hier wieder. Also ich klinge gerade, als wäre ich irgendwie Beauftragte der Bundesregierung gegen Drogen. Aber ich bin wirklich ein absoluter Gegner von Drogen in jeder Form. Also wirklich absolut. Und viele Menschen haben immer dieses Vorurteil, ah Ibiza, da gibt es nur Party und Clubs und Drogen. Das ist aber nicht so. Klar, es gibt richtig geile Clubs und so weiter und so fort. Aber auch da könnt ihr hingehen, ohne zu trinken, ohne euch irgendwas einzuwerfen. Ich bin das lebende Beispiel dafür. Also es ist möglich. Ihr könnt so viel Spaß haben, auch ohne Drogen. Und das sind auch nur Vorurteile. Fahrt hin und genießt es mit klarem Kopf. Ja, das ist ja überall so. Es gibt ja überall Ecken, wo es einfach ist. Auf Mallorca genauso. Da gibt es halt den Ballermann. Das ist eine Straße, die voll von Clubs ist. Und der Rest dieser Insel ist total friedlich und total chillig. Und ja, das sind halt immer so bestimmte Ecken. Und das ist eben bei Ibiza auch das Problem, dass es eben in bestimmten Ecken ist es mit Sicherheit so, dass eben auch vermehrt Alkohol und Drogen konsumiert werden. Aber erstens, auch in diesen Ecken muss man nicht partizipieren. Und zweitens sind es eben einfach nur vereinzelte Ecken auch dort. Ja, keine Macht den Drogen, Leute. Vielleicht auch hier mal kurz eine interessante Story, falls ihr da draußen euch fragt, wie ihr ihren Kindern beibringen solltet, dass sie keine Drogen nehmen sollen oder was auch immer. Aber mir persönlich, ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, Magda, aber mir persönlich haben meine Eltern nie gesagt, ich darf keine Drogen nehmen oder Drogen sind böse oder whatever. Aber sowas gab es bei uns nicht. Sondern meine Mutter, ich meine, ihr habt sie ja gerade auch kennengelernt, hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, ihren Kindern nicht zu sagen, du darfst das oder du darfst das nicht, sondern uns beizubringen, selbst zu denken. Und uns selbst eine Meinung darüber zu bilden. Ist das gut? Will ich das machen? Oder ist das schlecht? Will ich das nicht machen? Und so eben auch bei Drogen. Und meine Mutter hat mir als Jugendliche, also keine Sorge, ich war schon immer eine alte Seele, ich war mit zwölf schon 500, deshalb war das bei mir auch okay so, hat sie mir, ich denke mit zwölf, Christiane F. wie Kinder vom Bahnhof Zoo zum Lesen gegeben. Und ich glaube, jeder Jugendliche, der dieses Buch liest, wird danach niemals in seinem Leben Drogen anfassen. Äh, doch. Was? Magda? Dabei warst du sogar auf der Waldaufschule. Ja. Und rate mal, was unter den Bäumen wächst. Krass. Nein, Spaß. Du bist der eine. Also bei mir war es zum Beispiel genau andersrum. Und ja, also ich habe mich dann auch natürlich ausprobiert. Klar, das eine oder andere Mal ist Alkohol geflossen und so weiter und so fort. Und ich bin wirklich auch da voll der Meinung deiner Mama, dass jeder natürlich seine eigenen Erfahrungen machen sollte und auch machen darf. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber... Nein, 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 nicht falsch verstehen. Nicht, dass da draußen Leute ihre Erfahrungen machen. Der Gedanke dahinter ist, ja und so werde ich es auch bei meinen Kindern machen, dass man die Hoffnung hat, dass dein Kind so schlau ist. Das ist das, was du im Subkontext oder was auch immer ihm damit eigentlich sagen willst, dass es das aufnimmt. Aber das Gefühl hat, es wäre selbst zu dieser Entscheidung gekommen. Weißt du, dass ich nicht denke, meine Mutter hat mir gesagt, ich darf keine Drogen nehmen und deshalb nehme ich keine, sondern sie hat mir ein Negativbeispiel gezeigt, also Christiane F. Ich habe daraus gelernt, Drogen sind böse und habe deshalb die Entscheidung getroffen, niemals Drogen zu nehmen, aber hatte trotzdem das Gefühl, ich hätte selbst entschieden. Das ist pädagogisch sehr sinnvoll. Das stimmt. Kann man übrigens auch machen, wenn eure kleinen Kinder keinen Spinat essen wollen oder einfach nicht essen wollen, was du ihnen auf den Tisch setzt, dann musst du ihnen immer einfach eine Option geben. Du sagst nicht, was willst du heute essen und dann sagen sie, ich will nichts essen, sondern du sagst, willst du heute Spinat oder willst du Blumenkohl? Und eigentlich wollen sie ja beides nicht essen. Ja, aber auch das wäre dann ja okay. Aber eigentlich würden sie ja weder Spinat noch Blumenkohl essen wollen, aber indem du ihnen das Gefühl gibst, sie haben eigentlich eine Entscheidung und hätten das selbst entschieden, essen sie das dann gerne. Siehst du, auch da bin ich anders als andere Kinder. Ich esse nämlich sowohl gerne Spinat als auch Blumenkohl. Ja, ich auch. Mega. Ich lieb's. Ich könnte jeden Tag Spinat essen. Schon mein Leben lang. Beste. Ich sag ja, unsere Eltern haben einfach was richtig gemacht. Vielleicht ist es doch dieses Hippie-Erbe. Weißt du, was ich meine? Vielleicht ist diese anti-autoritäre Erziehung doch gut. Ja. Merkst du vielleicht nicht genau. Ja, ich war noch nicht ganz durch tatsächlich. Und zwar habe ich ja noch gar nicht auf die modischen Einflüsse, bin ich noch gar nicht angekommen. Und ja, das heutige Konsumverhalten ist natürlich viel, viel anders als das damalige Konsumverhalten der Hippies. Das müssen wir einfach mal vorweg schicken jetzt, bevor ich auf diese ganzen Sachen zurückkomme. Aber auch heute in der heutigen Gesellschaft habe ich zumindest den Eindruck, ich weiß nicht, ob es stimmt, bestätige mich gerne oder widerspreche mich gerne, wenn du es anders empfindest. Aber ich persönlich habe den Eindruck, dass auch doch wieder viele jüngere Leute zumindest auch sich dem Nähen widmen oder es zumindest lernen wollen. Viel mehr Leute vermehrt auch wieder Secondhand shoppen oder auch gerne upcyceln. Und ich meine, wenn es nur ein T-Shirt abschneiden, weißt du, es ist ja auch eine Art von upcyceln. Dass man aus einem Baggy-T-Shirt so ein cooles Crop-Top macht oder keine Ahnung was. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich das Hippie-Erbe ist, sondern ich glaube, das ist diese neue Generation, die sich da gerade formt. Weißt du, diese Fridays for Future-Generation. Ja, aber auch das, also Fridays for Future ist ja auch so ein bisschen das Erbe der Hippies, also finde ich persönlich. Von daher finde ich es... Ja, ein bisschen, weil ich meine, das, was Greta Thunberg gemacht hat, ist ja ein stiller, friedlicher Protest. Und ja. Deswegen, also ich finde, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr gut, dieses Verhalten, wenn man einfach, ja, sich dreimal überlegt, gehe ich jetzt zu Primark und gehe hinterher mit fünf Tüten voll raus oder gehe ich halt einfach zu einem Secondhand-Shop oder Thrift-Store oder keine Ahnung was und bekomme genau das gleiche Value für genau das gleiche Geld, aber im Prinzip besser angelegt. Statt neu produziert einfach bestehende Klamotten zu kaufen und somit halt ein bisschen was wenigstens für die Umwelt zu tun. Finde ich einen guten Ansatz, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man sieht ja auch den Hippie-Flair, wenn auch kommerziell und ich will das auch überhaupt nicht supporten, aber man sieht ihn ja auch bei so Festivals wie Coachella oder so. Ich meine, es ist zwar Fake-Hippie, aber es ist ja trotzdem, ja, es ist so ein bisschen Woodstock-Nachempfunden natürlich. Es ist natürlich ein Musik-Festival mit mehreren Bühnen immer, auf denen große Acts performen und so weiter und so fort. Und die Mode ist natürlich schon auch, erinnert so ein bisschen an Hippies, aber halt auch wieder nicht. Das finde ich immer ganz, ganz witzig, wenn man so Bilder sieht von Coachella. Aber da wollte ich tatsächlich auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Und zwar gibt es zwei bestimmte Stilrichtungen, die für mich zumindest immer an Hippies erinnern. Und zwar einmal diese Boho-Mode, die ja immer sehr auf Coachella sehr beliebt ist oder beliebt war vor ein paar Jahren zumindest. Oder generell auch in der Sommermode immer wieder zu finden ist. Oder eben zum Beispiel Batik. Und ich glaube, jeder, der letztes Jahr 2020 zu Hause war im ersten Lockdown, hat zumindest mit dem Gedanken gespielt, einmal wenigstens ein Scherz zu Batiken. Also ich auf jeden Fall, kann ich für meine Wenigkeit sagen. Aber wie gesagt, darüber machen wir nochmal eine komplett separate Minisode. Das nächste Petit Four widmen wir voll und ganz dem Thema Batik, weil es einfach so ein interessantes Thema ist. Aber dass wir beide beim Recherchieren erst rausgefunden haben, dass es so interessant ist und deswegen gerne ein Petit Four darüber machen wollten. Das ist irgendwie die Folge, in der wir alle fünf Minuten erzählen, wie doof wir sind und dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Nein, aber es ist wirklich so. Ich finde man tatsächlich Hippies, natürlich weiß man, wofür Hippies standen und was sie so gemacht haben und so. Aber man romantisiert es eben auch sehr schnell. Und deswegen hat mich doch vieles auch überrascht. Wie zum Beispiel, dass ich wusste zum Beispiel lange nicht, wie diese Verbindung zu Hare Krishna hat. Natürlich klar, dass man halt alternative Möglichkeiten zu seiner Religion suchte, in der man vielleicht erzogen wurde und so den Buddhismus oder Hinduismus gefunden hat. Oder Hare Krishna speziell. Aber dass es halt so einen krassen Zusammenhang gibt zwischen dieser Hare Krishna Bewegung und der Hippie Bewegung, das wusste ich zum Beispiel nicht. Finde ich aber sehr interessant. Und natürlich, um nochmal hier das Thema jetzt abzuschließen. Einfach, ja, wo man die Einflüsse oder den Impact der Hippie Bewegung heute immer noch sieht, ist unsere generelle Faszination. Und, ne, hab ich ja gerade schon gesagt, ich glaub, jeder weiß ungefähr, wie so ein Hippie aussah, was sie für eine Kultur gelebt hat. Dass es als Gegenkultur vielleicht auch gestartet ist, das wusste vielleicht auch schon der eine oder andere. Und natürlich, dass es hauptsächlich für friedliche Proteste steht. Also, ne, dieses Klassische mit dem Peace-Zeichen, dass man sich immer sehr für Frieden eingesetzt hat. Ja, make love, not war, war ja so ein Leitspruch der Hippies. Aber auch, und das fand ich eben auch sehr interessant zu sehen, weil ich mich immer gefragt hab, so, ja, aber wie ist das denn geendet? So, weißt du, wie ich meine? Weil es war ja, also, es war ja nicht von heute auf morgen so, zack, und weg sind sie. Sondern es war ja ein Prozess, der sehr lange, auch einige Jahre gedauert hat, bis wirklich diese Hippie Bewegung sich aufgelöst hat. Aber das fand ich zum Beispiel interessant. Und es liegt natürlich nah, ja, aber wenn man halt nicht darüber nachdenkt, wie es geendet hat, dann finde ich es eigentlich ganz, ja, deswegen finde ich es so interessant, dass einfach natürlich mit dieser Mainstream-Bewegung, die dann daraus wurde, und mit dem Konsumverhalten der Leute, was natürlich immer stärker wurde, hat sich diese Hippie-Bewegung einfach irgendwann aufgelöst. Aber das Gedankengut, wie gesagt, besteht bis heute fort. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil natürlich gerade das Gedankengut der Hippies ist natürlich das, was die Hippie-Bewegung eigentlich auszeichnet. Wir sind zwar hier ein Mod- und Kostümkunde-Podcast, aber findet man heute in der heutigen Gesellschaft noch an sehr, sehr vielen Stellen was, was ich sehr schön finde. Ja, so viel mal zu den Hippies. Sollen wir dann zu unseren Favorite Facts kommen? Sehr, sehr gerne. Darf ich heute anfangen? Okay. Also, pass auf. Wir haben ja schon häufiger heute das Woodstock Festival erwähnt. Einer der Künstler, der beim Woodstock Festival aufgetreten ist, ist the boss himself, Bruce Springsteen. Und ein bekannter Song von Bruce Springsteen ist Born in the USA, was immer als so eine, ja, das wird immer als so Patriotisch, äh, wie heißt das? Patriotisch. Also immer so als patriotischer Song in Filmen, generell in Medien gewählt. Ein Präsident, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welcher, ein Präsident hat es sogar als Lied bei seiner Einführung spielen lassen, bei seiner Amtseinführung. Was ich so witzig fand, weil eigentlich ist es ganz und gar keine Lobeshymne auf die Staaten, sondern handelt von einem ehemaligen Vietnam-Veteranen, der in ärmlichen Verhältnissen aufwächst und die Verpflichtung bei der Armee als einzige Aufstiegsmöglichkeit sieht. Und als er aus dem Krieg zurückkommt, erfährt er jedoch nur Ablehnung, reflektiert in diesem Lied Zehn Jahre nach Heimkehr seine immer noch trostlose Gegenwart und Situation. Oh, das ist interessant. Ne? Also natürlich, klar, diese, 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 diese klassische, diese Banger-Zeile aus dem Refrain, die jeder kennt, dieses Born in the USA, ja, das ist natürlich schon so, geht, geht nach vorne, ist ein Banger, klar. Denkt man so, ja, geil, cool, USA. Aber eigentlich, wenn man mal auf die Lyrics achtet, ist es das ganz und gar nicht. Und ich finde es sehr, sehr witzig, dass es halt, ja, dass es, diese, diese vier Worte sind das einzig, wenn man es aus dem Kontext nimmt, sind diese vier Worte im Refrain das einzig patriotische an diesem Song. Und deswegen war Bruce Springsteen tatsächlich, der hat viele solcher Lieder geschrieben, deswegen war so ein bekannter und auch beliebter Künstler in der Hippie-Kultur. Aber, ja, fand ich es sehr, sehr witzig. Das ist echt interessant. Danke für diesen Fact, Frau Klairene. Sehr, sehr gerne. Was ist denn dein Favorite Fact? Okay, also mein Favorite Fact. Gut, dass meine Mutter jetzt nicht mehr da ist, weil ich glaube, wenn sie hören würde, dass ich diese Geschichte jetzt schon wieder erzähle, dann, keine Ahnung, wird sie mich aus unserer Kommune werfen. Aber wir haben ja schon in der allerersten Weiberspeck-Folge gesagt, dass wir zwei alte Waschweiber sind, die nicht nur über Mode reden, sondern auch ein bisschen über die Zeit tratschen. Und deshalb habe ich heute für euch meine Lieblings-Aufreger-Geschichte, eine meiner Lieblings-Aufreger-Geschichten, ja, doch eine, weil ich glaube, über Woody Allen rege ich mich mehr auf. Aber nicht heute. Nein. Das wollte ich ja eigentlich machen in der Janelle-Folge und habe wiederholt gesagt, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, was ist los mit mir? Ich habe wiederholt Andy Warhol gesagt, anstelle von Woody Allen. Ja, schon, das habt ihr gar nicht mitbekommen. Mussten wir rausschneiden, aber ja. Unglaublich. Aber heute rege ich mich über einen anderen auf. 364 Tage im Jahr regst du dich über Woody Allen auf, aber heute über einen anderen. Ja, und dann will ich es einmal live beim Podcast machen und sage Andy Warhol, wie kann denn sowas passieren? Aber gut, heute rege ich mich über einen anderen Mann auf und zwar über Eric Clapton. Und zwar, 1966 fand eine Hochzeit statt und zwar von dem Beatles-Mitglied George Harrison und Patty Boyd. Und die beiden galten halt so ein bisschen als, ja, so ein Klemmerpaar und bla bla bla, alles voll cool. Und die beiden hatten wohl... George Harrison, für Leute, die das by the way nicht wissen, war der Drummer der Beatles. Nur um das nochmal zu sagen. Und ein sehr bekannter Star der Zeit. Und ja, die beiden hatten wohl auch erstmal eine schöne Ehe und was auch immer. Und ein guter Freund des Paares war Eric Clapton. Ja, Casualty. Ja, und dieser genannte Eric Clapton, der hat sich eben in Patty Boyd verliebt. Und irgendwann war wohl auch die Ehe der beiden ein bisschen rocky. Also, ich meine, ihr müsst euch immer wieder klar machen, wie die Zeit halt war. Also, auch George Harrison hat einen Haufen Drogen genommen und war wild unterwegs. So war es halt. Und Eric Clapton hat das ein bisschen ausgenutzt, sagen wir es mal so. Und in Patty Boyds Biografie erzählt sie auch, dass sie dann eben eines Abends bei Eric Clapton alleine zu Hause war und er ihr einen Song vorgespielt hat, den er für sie geschrieben hat. Und zwar Lila. Uh, okay, 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 I get it. Ich meine, wahrscheinlich kennt ihr fast alle da draußen das Beat Lila, aber wahrscheinlich, also viele wissen vielleicht nicht, dass das der Hintergrund war. Ja, ich wusste es doch nicht. Ja. Aber klar, jetzt macht alles. Ich wusste es bis vor ein paar Jahren auch nicht, aber krasses Story auf jeden Fall. Und Patty Boyd und George Harrison haben sich dann auch irgendwann getrennt. Und sie ist dann eben mit Eric Clapton zusammengekommen. Ich meine, wenn jemand Lila für dich schreibt und dir Tag und Nacht erzählt, wie sehr er dich liebt. Ja. Allerdings hat der gute Eric Clapton, und dann kommen wir zum Punkt, wo ich mich aufrege, er hat, also die beiden haben dann auch geheiratet und während der Ehe hat er diesen wundervollen Song geschrieben, Wonderful Tonight, für seine Frau Patty Boyd. Was, wie ich finde, einer der schönsten Liebeslieder überhaupt ist. Ja, das stimmt. Und ich kann mir nur vorstellen, wie Patty Boyd sich gefühlt haben muss. Weißt du, da hast du so einen Mann, der Lila für dich schreibt, der Wonderful Tonight für dich schreibt. Oh mein Gott. Allerdings hat der gute Eric Clapton Patty Boyd ziemlich oft betrogen und hat sie überhaupt nicht behandelt. Wahrscheinlich saß da irgendwo anders auf der Welt noch eine Lila und auch der Song ist für sie Männer. Aber das war auf jeden Fall das Ende vom Lied, dass die beiden sich widerscheiden haben lassen, weil Eric Clapton ein ziemlich beschissener Ehemann war und sie ziemlich beschissen behandelt hat. Wo ich mich frage, wenn du gar nicht vorhast, sie gut zu behandeln, wenn du nicht vorhast, sie auf Händen zu tragen, warum spannst du sie dann deinem Freund aus? Tja. Fragezeichen. Und übrigens hat Patty Boyd in ihrer Biografie geschrieben, jetzt wo sie alt ist und auf ihr Leben zurückblickt, dass George Harrison ihre große Liebe war. Hätte Eric Clapton sich nicht einfach eine andere Frau suchen können? Ja, aber das ist einer meiner Lieblings-Klatsch-Geschichten aus dieser Zeit. Und auch Lieblings-Aufreger-Geschichten, weil ich jedes Mal, ich liebe Wonderful Tonight und ich höre das Lied sehr, sehr gerne, aber, ach, Mann. Ja. Wenn du sie haben willst und wenn du sie heiraten willst, dann, dann, dann verhalte ich auch anständig und betrüge sie nicht. Mein Gott, das ist nicht so schwer. Nee. Ach, Männer. Ja, also, meine Güte. Aber natürlich wollen wir diese schöne Folge nicht mit Wutgefühlen beenden. Deshalb atme ich die Wut aus und lasse die Liebe wieder herein. Und wir beenden die Folge mit ganz viel Liebe. Ja, die ihr gerne auf unserem Instagram-Profil lassen könnt. Ihr dürft uns natürlich jederzeit gerne dort folgen. Wir posten dort immer Bilder passend zu den Episoden natürlich, dass ihr auch was zum Gucken habt. Und euch heute zum Beispiel anschauen könnt, wie sahen Hippies eigentlich wirklich aus. Ja, oder erzählt uns auch eure Lieblings-Hippie-Stories. Auf jeden Fall. Was habt ihr damals erlebt? Was haben eure Eltern damals erlebt? Erzählt uns alles, wie wir wollen es wissen. Auf jeden Fall. Und natürlich dürft ihr auch wie immer gerne auf eurer Streaming-Plattform eures Vertrauens dem Podcast einen Daumen hoch geben oder ihn sogar bewerten, wenn es möglich ist. Und ja, wir freuen uns natürlich immer darüber. Und schaltet gerne am Freitag wieder ein. Da geht es ja schon weiter. Haben wir natürlich jetzt schon verraten mit dem Thema Bartik. Und ja, da werden doch bestimmt einige Erinnerungen von Jugendfreizeiten wieder wach. Und ja, freut euch auf jeden Fall schon mal drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir hoffen auch, dass euch die Folge gefallen hat. Dass ihr was lernen konntet. Ja, auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, und dann hören wir uns in ein paar Tagen. Peace, Leute. Peace out. Mic drop. Dann mit vorzüglichen Grüßen und ganz viel Liebe und Frieden für euch, meine Brüder und Schwestern. Immer. Eure Speckis.